Hallo und herzlich willkommen bei Philips Podcast Pastite. Wie immer verköstigen wir zusammen neue Podcast-Ideen. Aber es gibt auch gleich eine ganz kleine Hausmeisterei. Denn es gibt gleich zwei Sachen zu freuen. Das eine ist, hey, ich starte hier mit die Staffel 2 des Ganzen. Ein paar kleine Änderungen wird es geben. Die fallen nicht so groß ins Gewicht. Aber ihr werdet es schon gemerkt haben, ich habe eine etwas längere als eigentlich geplante Pause gemacht. Und dementsprechend habe ich auch gemerkt, ich komme im Moment nicht so gut hinterher. Und weil das Ganze noch Spaß machen soll und ich auch die Folgen in der Qualität liefern möchte, wie es auch die ganzen Gästinnen und Gäste verdienen, sage ich, okay, dann drehen wir eben hier ein bisschen an der Anzahl der Folgen. Das heißt, der 14-tägige Veröffentlichungsrhythmus, ja, das werde ich jetzt nicht ganz schaffen. Vielleicht steigt das wieder, aber vorerst guckt ihr einfach in euren Podcatcher eurer Wahl und seht dann, wann neue Folgen wieder da sind. Und Freude Nummer zwei, wir senden hier live vom RC3 2021. Leider können wir jetzt nicht gerade an einem Ort abhängen. Das ist ein virtueller Kongress und leider hat es mit meinem Gast auch leider nicht geklappt, dass wir uns direkt vor Ort treffen, weil ich eine unangenehme Begegnung mit einer Schiene hatte. Mir ist nicht allzu viel passiert, aber wir könnten uns gerade nicht sehen. Aber es ist toll, so einen Gast zu haben. Und was soll ich sagen? Wen habe ich denn da? Ich habe einen Wahlregensburger, Audioverrückten Nord, Zähmer von piepsendem Spielzeug, Enthusiast von Bühnentechnik und Podcast-Aficionado. Um Stefan zu beschreiben, braucht es nicht nur eine Vielzahl von Namen, sondern wohl auch einen kompletten Nachmittag, allein zu den ganzen Interessen. Als Podcaster redet und rockt er sich die Seele bei Wassenkrach aus dem Leib und baut die schlechte Laune dann beim Sunday-Morning-Podcast wieder auf oder ab. Ach, wer weiß das schon genau. Meine Damen, meine Herren, liebe Creatures, Stefan, Angboer, Ansgar3D, BleepyTroys, Minak. Hallo Stefan. Hi. Hey, du hast Sutton Dice vergessen. Nein, wie konnte ich nur? Ah, der Rollenspiel-Podcast, Sutton Dice, natürlich. Ja, genau. Nee, hier beim SMC ist dann, Sunday-Morning-Cast ist dann quasi die schlechte Laune umbauen. Also man baut seine eigene ab und nimmt dann die der anderen auf. Und irgendwie wird es aber dann ganz lustig von daher. Aber ich finde es fantastisch, das ist ja für alle, die das noch nicht kennen, das ist ja ein Podcast, der so der ultimative Gegenentwurf zur Gute-Laune-Morning-Show ist. Also ihr redet auch über lustige Dinge, aber eben dieses am Sonntagmorgen eher so ein bisschen Ächzen und Stöhnen, das ist ja schon Programm. Also was macht ihr denn da genau? Für alle, die es jetzt nicht kennen. Also wie ich es ganz gerne beschreibe, ist, die Älteren unter euch werden sich vielleicht erinnern an die Sendung Sieben Tage, Sieben Köpfe. Das nun lustig, also das war früher, TM war das so eine Sendung, wo sich Leute wöchentlich zusammengesetzt haben und dann halt irgendwelche Pressemeldungen hergenommen haben, auseinandergenommen und sich halt versucht haben, drüber lustig zu machen. Da waren gute Sendungen dabei am Anfang, war aber auch viel Mist. So ähnlich ist es bei uns auch. Also ich meine, wir haben ab und zu tatsächlich das Problem so bei der Themenfindung. Wir versuchen natürlich schon irgendwie gute Laune Themen zu nehmen. Es gelingt einem einfach aufgrund der aktuellen Weltgeschehnisse nicht immer mit ganz vielen dummen Kopfidioten. Und ich meine, es gibt die Leute, die dummes, lustiges Zeug machen und dann gibt es die anderen. So wie zum Beispiel, Gott sei Dank hat er uns jetzt als US-Präsident verlassen, das Cheeto aus USA, der Trump oder ja, das war tatsächlich für uns eine wirklich schwere Zeit. Also es hat an Meldungen eigentlich nicht gemangelt. Das Problem dabei war, die waren halt alle so furchtbar, dass, boah, also ... Also die sind nicht ein, oh, wie beknackt sind die Leute da in dem Dorf, dass sie, keine Ahnung, irgendein Auto kaputt gemacht haben oder so Kleinigkeiten, sondern das sind immer so, ich sag mal so negative Nachrichten, die sich ja dann wirklich auf die schlechte Laune niederschlagen. Ja, der war halt dann irgendwo, ich meine, der Typ war halt US-Präsident und dementsprechend haben sich die dummen Sachen, die der Typ da verzockt hat, halt auch wirklich aufs internationale Weltgeschehen ausgewirkt. Und das, sich darüber da noch lustig zu machen, ist schon stellenweise schwierig. Hast du so eine Story, wo du sagen würdest, die fällt dir jetzt ein? Eher so ein bisschen, ich sag mal beispielsweise so Kategorie Lokal-Nachrichten, wo du sagst, das ist eigentlich eine gute Mischung, genau das Passende für euch, wo du sagst, da kam genauso die Beklopptheit von ein paar Leuten mit einer, keine Ahnung, da ist jetzt niemand gestorben, das sind keine schlimmen Auswirkungen, aber das ist genau das richtige Material für euch. Tatsächlich aus der letzten Sendung, die irgendwie neulich noch gelaufen ist, hatten wir einen Typen, der was im Hintern stecken hatte. Das hatte er angeblich deswegen im Hintern stecken, weil er beim Putzen gestolpert ist. Natürlich, Klassiker, ne? Also das Problem war halt tatsächlich das Kaliber, was er da im Hintern hatte, das war nämlich eine Panzerabwehrgranate. Und es standen dann da so Maße dabei, wo ich sag, sportlich, kann man machen, muss man nicht, weil er ist damit dann halt, also das typische, warst du damit schon mal beim Arzt, ja, war er dann. Die haben sich das angeguckt und haben dann erst mal das Bombenräumkommando geholt. Ja, mussten sie, ja, sie wussten ja nicht, ob das Ding jetzt irgendwie ein Blindgänger ist, ob das Ding echt ist, ob das noch entsprechend, ja, zweimal brennt. Ja, und ich frag mich bei sowas immer ein, es gibt doch genau für so Zeug eigentlich so Geschäfte, wo man sich Dinge kaufen kann, die für sowas geeigneter sind. Und schon, denkt man sich dann auch, aber, ne, also es gibt ja hier dieses Meme von wegen, so, everything is a deal, if you are brave enough, der Typ war schon ordentlich gut dabei, würde ich sagen. Ja. Ja, also, das ist tatsächlich schon so, oder irgendwelche, also wir hatten auch in der letzten Sendung, also wir haben alle tatsächlich kollektiv bei uns vier, das Problem, dass wir uns relativ, also wir haben dann wirklich so eine Art Kurzzeitgedächtnis, da sind die Storys aus der Sendung noch drin, aber bei über, ach gut, wo sind wir jetzt mittlerweile, wir gehen, glaube ich, auf die, nee, die 500, hatten die die 500 schon? Also, wir gehen auf jeden Fall schon gut dreistellig durch und machen das schon ein paar Jahre und, äh, verschwimmen die Sachen irgendwann und du vergisst das Zeug dann auch relativ schnell wieder, was du da in der Sendung hattest. Und, äh, ich muss jetzt echt nachgucken, weil wie viele Sendungen wir gerade sind. Ich glaube, wir, nee, wir sind gerade, wir sind gerade über die 400 sind wir drüber. Wir hatten neulich, neulich die 400, wo wir gespielt haben. Siehst du, genau, das meine ich, also, äh, es ist halt ... Es gab 406, oder? Habt ihr, oder? 406, glaube ich. 404 wollten wir eigentlich nix reinmachen. Einfach bloß eine leere Audiospur. Haben wir aber dann nicht gemacht. Ähm, es hat sich angeboten, das wäre auch genau unser Humor gewesen, aber, ähm, ja. Ah, sehr schön. Du hast jetzt so viele Podcasts genannt, bei denen du aktiv bist, auch wie du selber gesagt hast, äh, Rollenspiel-Podcast, Podcast über ... Ich wollte gerade sagen, wie beschreibst du denn am einfachsten immer Leuten, was ein Krach? Weil ich beschreibe immer Leuten so, das sind ein paar lustige Metalheads über Musik und Sachen, die irgendwie damit zu tun haben. Ich kann's nicht fassen, aber sie sind unglaublich lustig. Ähm. Ähm, also, ich, ich finde tatsächlich, das ist eine wesentlich bessere, äh, Zusammenfassung von dem Ganzen, wie das, was ich mir bis jetzt immer ausgedacht hab. Ähm, äh, nee, also, das ist tatsächlich, äh, das fasst tatsächlich gut zusammen, weil, ich mein, wir reden halt nicht ausschließlich über Metal, das wär auch irgendwie langweilig und das, äh, würde auch relativ viel widersprechen, ähm, was uns drei plus meistens, äh, äh, entsprechenden Gästinnen da ausmacht. Ähm, weil wir halt einfach alle drei irgendwie Musik-Nerds in irgendeiner Art und Weise sind, äh, wir hören eigentlich alle drei relativ breit gestreut. Also, nicht nur Metal, aber halt schon auch gerne Metal und, äh, auch viel und laut. Mhm. Ähm, aber, ja, es ist halt so, äh, ja, das Leben wäre so langweilig. Ich mein, gut, Leberwurst ist toll für die, die es mögen, aber jeden Tag Leberwurst willst du halt andet haben. Ja, total verständlich. Und jetzt hast du, wie ich schon erwähnt hab, noch viele andere Podcasts am Laufen. Wie bist du überhaupt zu diesem Medium gekommen? Äh, wie bin ich zu dem Medium gekommen? Ähm, da fällt mir wieder ein alter Spruch aus, äh, zwei Stühle, eine Meinung ein. Mim Buff. Äh, nee. Äh, äh, wie sind sie zum Boxen gekommen? Mim Buff. Ähm, nee, äh, wie bin ich zum Podcasten gekommen? Ähm, die F1 Alex ist schuld, immer noch. Ähm, das hab ich zwar schon ein paar Mal erzählt. Ah, Grüße gehen raus. Grüße gehen raus, genau. Ähm, die, wie war das noch? Ähm, es gab von, von Holger Klein gab's damals den Blue Moon. Mhm. Ähm, und halt so eine typische Call-in-Radio-Sendung. Ich war damals eigentlich sehr weit weg, Radio zu hören, kannte halt Holgi aus dem, aus dem NSFW. Und, äh, hier Vrind. Und, äh, hab dann mitbekommen, der macht das auch. Ja, hörst mal rein. Irgendwann, äh, kam das eben, dass man merkte, okay, dieses dürfen wir nicht, also diesen Chat, den gibt's wirklich oder gab's damals wirklich im, im IRC. Und, äh, da bin ich dann halt auch in so einer Live-Sendung einfach mal mit rein und dann war's halt so, okay, es ist halt wirklich mal ne Musikwunsch-Sendung, womit könnte man Holgi betreuen? Also der war ja, glaub ich, sogar zu dem Zeitpunkt selber im Chat, hat da aber wirklich nicht, aber nicht, nicht wirklich aktiv mitgelesen. Und ich kam dann halt auf die Idee, ja gut, äh, öffentliche Radiosendung, da darf eigentlich Manowar nicht fehlen. Oh Gott. Ich wollte gerade sagen, das zieht sich ja wiederum durch andere Podcasts durch, Grüße getrausend, auch Menno-Sven. Und an den, äh, äh, an den Sascha, also nicht Hiller, sondern, äh, äh, Sascha Grill auf Twitter, äh, auch Supertyp, Podcaster, nee, eigentlich nicht Podcaster, aber Radiomensch, äh, aber auf jeden Fall, ähm, eine Supertype. Äh, äh, okay, aber, aber ganz kurz, für alle, die jetzt vielleicht Manowar nicht kennen, warum ist das so eine Betrollung eigentlich? Warum ist es eine Betrollung? Also, sie haben mal irgendwann ziemlich coole, epische Musik gemacht, das hat sich jetzt halt, die werden halt auch nicht jünger, ne, wie wir alle, aber, äh, denen hat das noch niemand gesagt. Aber wenn dann halt so ein 60-jähriger Opa auf der Bühne steht und dir erzählt, dass er jetzt gleich mit seinem Schwert, äh, in die Schlacht zieht und, ja, der Coolste und Trueste und Armeen niedermäht und hast du nicht gesehen, dann ist es halt einfach bloß noch lächerlich, was man nicht ernst nehmen kann. Ähm, das Problem dabei ist, es gibt Bands, die machen das und die nehmen das nicht ernst und das ist, äh, ist dann meistens witzig bis cool. Wie gesagt, denen hat das noch niemand gesagt. Und, äh, jetzt, es gab noch irgendwie, letztes Jahr oder vor zwei Jahren gab's irgendwie noch eine EP, die sie rausgelassen haben, da hat sich dann der Bassist noch dazu ausgelassen, dann auch irgendwie noch, äh, mitsingen zu müssen, was, also, gegebenermaßen, also, der eigentliche Sänger von der Band hat einen relativ geilen Umfang, der kann auch ganz cool singen, äh, aber der Bassist nicht. Also, der Bassist wäre besser bei seinem Instrument geblieben. Mhm. Okay, jedenfalls hast du da diese Musik vorgeschlagen, in dem Chat. Genau, äh, ich hab das dann halt einfach in den Chat rein und alle so, yay, das wird lustig. Ähm, und das, der, der Haken an der Geschichte war halt, äh, man musste dann halt in der Sendung anrufen, hab ich mich natürlich nicht getraut. Mhm. Ähm, und Alex war aber auch da und meinte so, und dann meinte ich so, ja, und keine Ahnung, meinte sie, hast du noch irgendwie eine Geschichte dazu? Und ich hab halt auch, äh, ziemlich lange irgendwie in irgendwelchen Metalbands gespielt und bei der einen war's halt tatsächlich so, dass, äh, ähm, ein Lied von Manoa halt dann da der Rausschmeißer gewesen ist. Äh, äh, und das hab ich ihr halt geschrieben, ja, bla, 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 sie meint so, ja, ich hab vielleicht eine bessere Idee. Und sie hat dann da angerufen und dann hat Holgi im öffentlich-rechtlichen Radio währenddessen Manoa gegoogelt. Du kannst, du, du kannst das ja mal gerade live machen, wenn du möchtest. Und dann geh einfach auf die Bildersuche. Ja, klar. Und dann gibt's da so ein, so ein legendäres Bild von, äh, geölte, damals noch, keine Ahnung, 30er, also, ne, alle in ihrer, in der Blüte ihres Daseins, ne, irgendwie so, keine Ahnung, Mitte 20, Anfang 30, mit, äh, Fellschlüpfern und, ähm, so ein bisschen wie Conan der Barbar auf billig. Ich muss jetzt sagen. Und schlechter trainiert. Ja, es erinnert mich ein bisschen an den, an den Barbaren von dem legendären Brettspiel Hero Quest. Also, so, so dieses, ähm, Kerle in kurzen Klamotten, höchstens ein bisschen Fell und irgendwie mit, es fehlen nur noch die großen Schwerte, ja. Genau, und, äh, das hat Holgi dann live in der Sendung, äh, äh, gefunden, was dann dazu führte, dass Holgi live einen Lachflash hatte. Ach, schön. Und wer Holgi kennt, also Lachflash ist bei ihm, da bleibt auch beim Zuhörer kein Auge trocken. Mhm. Mhm. Wir haben das dann irgendwo auch hochgeladen und man konnte das abonnieren und alles. Aber, ähm, ja, wir haben das im Grunde genommen für uns selber gemacht. Einfach jeden Dienstagabend, wenn ein paar Leute zusammensitzen, ein bisschen, ja, wer wollte ein Bierchen trinken und dann halt irgendwelche stumpfen Gesellschaftsspiele, wie ich packe meinen Koffer oder, äh, so, so, so Hangman oder sowas zu spielen. Ähm, halt damals noch wirklich auf Papier, nicht wie jetzt, wo es ja hier so Webseiten und sowas dafür gibt, haben wir nie genutzt. Es war dann bei uns meistens, äh, Stadt, Land, Pornotitel, ähm. Ähm, und das haben wir halt dann so mit ein paar Leuten zusammen gemacht und da ergab sich dann eben auch, dass der El Spoto da vom, äh, damals schon Sunday Morning Cast dabei gewesen ist. Und, äh, dann haben wir uns da ein bisschen unterhalten und ich meine so, ja, ich hätte ja schon mal Bock da mal bei euch mitzumachen, hab dann eben auch wirklich, äh, aktiv selber Sunday Morning gehört. Und, äh, wir könnten uns doch mal über, ich glaub, was wollten wir reden? Ähm. Ah, über Monty Python wollten wir reden. Oh, schön. Die Sendung haben wir bis heute noch nicht gemacht. Ähm. Neujahrsvorsatz? Nö. Würde jetzt nicht mehr ins Format passen, tatsächlich. Also, tatsächlich war damals, war damals der SMC vom, vom Format her auch noch ein bisschen anders. Also, äh, da gab's dann eben auch so Monothematische und das, was wir jetzt machen, war da hin und wieder mal so ein kleiner Teil davon, der aber irgendwie ganz witzig gewesen ist, was wir bis heute dann eben mitgenommen haben. Und, äh, ja, das, äh, dann irgendwie so hab ich da mal mitgemacht und fand das eigentlich ganz lustig und hey, hast du nicht Bock, weiter mitzumachen? Ähm, man hat da eben zu der Zeit eben noch nach Neuen Horsts gesucht. Und, ähm, dann ist relativ zeitgleich der Herr Zweig hat's eben auch mit dazu gekommen, ähm, auch Grüße an der Stelle. Und, äh, dann waren wir eben zu viert. Irgendwann hat der Fracker, der das damals im Prinzip quasi aus der Tauf gehoben hat, ähm, der hatte dann irgendwann nicht mehr so die Zeit, nicht mehr so die Lust. Und dann haben wir das halt irgendwie wie drei übernommen und irgendwann, ähm, eben auch wegen, ähm, Haushaltszusammenlegung war's dann so, dass, äh, äh, mein Lebensgefährtin, die Judith, ähm, da eben entsprechend dann immer die Schattenredaktion war, die dann die Hörerin-Couch besetzt hatte. Und, äh, irgendwann dann auf dem Podstock, äh, haben wir sie dann eben mit dazu geholt und seitdem machen wir das halt wieder zu viert. Und das ist halt so ein, also war eine ganze Weile ein allsonntägliches, äh, äh, Ritual, was wir da gemacht haben. Und mittlerweile sind wir aber tatsächlich auch, wie du ja auch gesagt hast, so Qualität und so, äh, uns fällt es schwer, wirklich gute Nachrichtenmeldungen zu bringen oder zu finden. Ähm, haben wir das jetzt eben auch so in so einen Zwei-Wochen-Rhythmus einfach reingestopft, was uns allen, glaub ich, ganz gut tut, sich nicht jedes Wochenende mit irgendwie sehr deprimierenden Nachrichten aus der ganzen Welt beschäftigen zu müssen, aktiv. Ist ja auch ein bisschen bedingt dann bei euch einfach durch die Weltlage, beziehungsweise gar nicht, dass die Welt, ich glaub, die Welt ist gar nicht so schlimm, aber es ist einfach so ein, man, man sitzt halt gefühlt schon in dieser Bubble und jede zweite Nachricht geht halt um das große C und irgendwann ist auch mal gut und man möchte was anderes hören. Ja, klar, klar. Also es ist ja genauso, wie es, äh, schon vor ein paar Jahren, äh, Fiefer und Frank, äh, von, äh, Alternativlos, äh, gemacht haben, die dann gesagt haben, ja, ha, witzig und so, aber es ist grad für uns so dermaßen deprimierend. Äh, wir wollen uns damit jetzt grad nicht mehr befassen und, äh, machen dann zum Beispiel auch bei so Sachen wie im Kongress eben, äh, dann eben nix, was ich auch durchaus verstehen kann. Also, wie gesagt, wir haben das Problem halt jede Woche. Ja, klar, klar. Das heißt also, du bist zum Podcasten eher so ein bisschen seitlich reingerutscht und hast dann auch noch angefangen, andere Leute wieder in diesen, äh, Sumpf der ewigen Podcastfreude mit hineingezogen? Nee, tatsächlich nicht. Judith, Judith hat tatsächlich vorher schon Dinge getan, also. Ah, das war zeitlich vorher. Okay. Das, das war, das war tatsächlich zeitlich vorher. Ähm, Judith hat vorher schon mit dem Podcastnik zusammen das, äh, äh, History of Germany gemacht, auf Deutsch und Englisch. Genau. Ähm, war Teil vom Orion-Podcast, von dem ich jetzt grad nicht so genau weiß, wie er heißt. Zumindest ist sie damit aufgeführt. Da würd ich einfach mal die, die Folge mit Judith empfehlen, die wir ja auch schon hatten. Von daher, äh, perfekter Übergang. Genau. Ähm, also Judith hat das tatsächlich schon eine ganze Weile vorher gemacht, bevor wir uns kannten. Ah. Und ist dann das erste Mal auf dem Podstock über den Weg gelaufen, da war mehr so aneinander vorbei. Ach. Und dann gab's diesen, äh, äh, Moment, 33? Tuwart? Äh, Tuwart war 33, das war nämlich dein erster Kongress. Nein, 34. Oh, du hast recht. Aber es war Tuwart. Oh, oh, er, äh, er hält in die Kamera noch sein Armband. Und als, als, als Mettler, ich, 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 ich sammle. Eher Kongressler ist der Arm voll mit Armbändern. Ja, genau. Äh, Tuwart, Tuwart, Tuwart haben wir uns dann, äh, quasi mehr kennengelernt. Und dann kam irgendwie das Podstock noch dazu, wo wir dann auch irgendwie beide in der Olga gelandet sind. Und, ja, seitdem verstehen wir uns irgendwie ganz gut. Sehr, sehr schön. Das ist ja toll. Das wusste ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich hab eher gedacht, dass ihr schon zusammen wart und dann dieses Hobby gemeinsam an uns geübt habt. Nee, voll nicht, voll nicht. Sehr fantastisch. Äh, Grüße, Grüße jetzt auch an der Stelle ins Mithaus, äh, wo wir eigentlich heute Abend zusammensitzen wollten. Wo, glaub ich, ein paar Leute zugucken. Also, mal liebwinken. Ähm, ja, ist doof, aber, ähm, jetzt machen wir das halt so. Also, Grüße gehen an dieser Stelle raus. Ich hoffe, dass, ähm, Regensburg so fantastisch ist, äh, wie alle, die ich da schon kennenlernen durfte. Und ich freu mich wahnsinnig drauf, da mal einen Besuch hinzumachen. Äh, wie gesagt, es hat mir da leider einfach eine Tram-Linien-Schiene einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil der benutze Fahrrad mit, äh, Schiene, äh, ist gleich Auer und, äh, ja. Ja. Aber was soll's, zu dem Zeitpunkt, wo das die Leute jetzt vielleicht, äh, nicht live hören, ist es auch schon wieder halb vergessen. Bist du in der Zwischenzeit in Regensburg gewesen? Also, von daher alles super. Ja, das stimmt, das stimmt. Also, jetzt muss ich mir überlegen, wie lange ich brauche, um diesen Podcast zu schneiden. Fantastisch. Jetzt hast du's in der Hand. Hm, mir gefällt, wie du denkst. Eine letzte Frage hätte ich jetzt noch, oder besser, meine größte, die hier noch stehen, aber ich hab noch so viele, aber du hast jetzt, du erzählst von, ja, Podcasting und so, du hast einen Metal-Podcast. Und dann kamst du irgendwann um die Ecke mit ein, ja, ich mach was Neues mit Musik. Und meine Erwartungshaltung war dann, ja, hier so Stromgetan, Musik und Co. Und dann fängst du an mit, ja, ich näher mich jetzt dem Thema Synthetizer, äh, und gründen YouTube-Kanal namens Bleepy Toys. Äh, hier bitte an dieser Stelle unbedingt abonnieren. Der ist sträflichst viel zu wenig irgendwie hier noch angehört und abgerufen. Noch einmal Bleepy Toys auf YouTube und Co. Also B-L-E-E-P-Y und dann Toys wie die Spielzeuge. Genau. Genau. Und da ist für mich die Frage, wieso fängst du mit, grad mit Synthesizer an, wenn du doch eigentlich so jetzt vermeintlich der Metalhead bist? Und wie fängt man damit an? Ich weiß, du hast eine relativ lange Folge, wo du auch dann noch so die Grundlagen vom Synthesizer erklärst, im, äh, da warst du bei Sendegarten zu Gast. Genau, und den Sendegarten hatte ich da mal wieder geändert, also war tatsächlich schon der zweite Auftritt. Ich such dann auch den Link dazu raus in den Shownotes. Voll gut. Aber für mich ist so ein bisschen die Frage, wie, also warum's grad Synthesizer und so Bip-Bup-Musik, ist ja so voll meins. Ich hab mich deswegen auch sehr, sehr gefreut. Ähm, aber warum als, als Metal-Typ? Ähm, also ich hab's ja eingangs schon, als wir uns ein bisschen über was den Krach unterhalten haben, äh, gesagt, dass ich halt einfach, sehr, sehr breit Musik höre, äh, ich halt, äh, in den meisten Ausprägungen Musik auch sehr feiere und da einfach Spaß dran hab. Ähm, und es ist halt so, dass ich in, keine Ahnung, wie alt war ich denn da, also, ich muss da noch eine Ausbildung gewesen sein, also, es ist schon verdammt lang her, also, ich hab, äh, so, mal umzugucken, ich hab, äh, damals 1998, äh, meine Lehre angefangen, dreieinhalb Jahre und hab halt währenddessen, oder nein, ich hab sogar vorher schon, da war ich nach ner Schule, so, ach, äh, achte, neunte, zehnte Klasse hab ich angefangen, halt auf nem Amiga rumzuspielen, auf nem Amiga 500, den hab ich dann damals von meinem größeren Bruder vor Macht gekriegt und, ähm, da gab's halt den Pro-Tracker. Mhm. Äh, so, 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 heute sagt man nen Mod-Editor, ähm, also, das Musikformat, äh, hieß damals Mod und da konnte man halt, äh, äh, auf vier Spuren irgendwie zwei links, zwei rechts da irgendwie schon, äh, sowas wie Techno machen. Ähm, und auch ein bisschen durch den Einfluss eben von meinem, äh, größeren Bruder damals halt, äh, äh, eben Sachen wie Haus und, und Asset und solche Geschichten halt gehört, was aber für mich halt irgendwie zu dem damaligen Zeitpunkt halt, irgendwie was war wie, also, ich fand's cool, ich fand halt auch damals so Mad-Day-Geschichten und sowas, aber es war für mich irgendwie immer so ne andere Welt gewesen, also, ich hab Sachen gekannt, aber, äh, jetzt, dass ich auf irgendwelche Mad-Days gefahren bin und als ich dann eben alt genug war, halt wirklich zu sowas zu können, da war das Ganze dann halt schon wieder irgendwie auf dem, auf so ein bisschen absteigenden Ast und war dann halt nicht mehr und dann hab ich halt damals eben auch angefangen, Metal zu machen und, äh, was heißt es, das Interesse daran war weg, aber, ähm, ich hatte dann halt einfach, äh, Headspace ist ja so ein schönes Ding, du hast halt bloß für bestimmt viele Sachen irgendwie Platz in deinem Kopf und dann hat das halt erstmal eine ganze Weile irgendwie nicht mehr stattgefunden. Und dann zwischendrin hab ich wieder mal ein bisschen angefangen, ähm, da an irgendwelchen Tools dann auch am PC später irgendwie Sachen rumzuprobieren. Ähm, also, so richtig weg war das nie, das Interesse, aber, äh, ja, es war halt dann nicht so präsent. Und dann irgendwann jetzt eben auch durch das große C, also nicht den Cross-Computer-Club, sondern, äh, das andere große C. Das böse große C. Das böse große C, genau. Ähm, war es dann halt einfach so, äh, dass ich eben dann, ich hatte noch eine Bände im Erzgebirge, bin ja dann irgendwann nach Regensburg gezogen und hab das eine ganze Weile auch auf mich genommen, dass ich dann eben die 250 Kilometer eine Strecke dann eben alle ein, zwei Wochen gefahren bin, da geprobt hab, mit der Band auch Auftritte gemacht hab und das ist halt alles weggefallen. Ähm, hatte da vorher schon so ein bisschen einfach angefangen, für mich so ein bisschen rumzuspielen, wenn ich halt irgendwie wochenenden oder mal frei hatte, Urlaub hatte, äh, einfach so in meinem stillen Kämmerlein, hatte mir dann, ähm, also für die Audio-Hörer, hey, Pech gehabt, ähm, hab mir dann das Ding, was hier hinter mir steht, äh, Philipp Siez, also ein MC 505, der Marke Roland, was irgendwie so ein Ding war, was ich früher, als ich, äh, in den Musikalienhandel, äh, in meiner Nachbarschaft gegangen bin, immer ein bisschen angeschmachtet hab. Aber als, äh, keine Ahnung, gerade aus der Schule raus, äh, Lehre angefangen, war das Ding halt einfach finanziell in der Reichweite, wo du gesagt hast, irgendwie, das hat damals irgendwie 2000 Parke gekostet oder sowas. Uh! Äh, das Ding war richtig teuer. Äh, selbst der kleinere war schon so teuer, dass ich mir den halt halt nicht leisten können, da gibt's noch so einen kleineren Bruder von. Ähm, der MC 303 war das. Und, äh, ja, war halt alles einfach damals höllisch teuer. Äh, Synthesizer war ein sauteuer analoge Synthesizer oder auch die digitalen. Das war halt alles irgendwie eine Welt, wo ich gesagt hab, ja, ist interessant, aber keine Ahnung für... Die Einstiegshürde beziehungsweise der Einstiegspreis ist einfach so hoch, dass das als... Genau. Also ich hab mir halt damals... Ein Nichtvollverdiener utopisch ist. Genau. Ich hab mir halt damals meine erste Gitarre irgendwie vom Geld von der Jugendweihe halt für 120 Mark gekauft. Das war halt irgendwie eine schrottische, keine Ahnung, Gitarre, aber das war halt meine erste E-Gitarre und, äh, mit der bin ich halt schon erstmal ein Stück weit gekommen. Dann haben auch meine Eltern gemerkt, so, ah, der Junge meint das ja wirklich ernst mit der Stromgitarrenmusik, vielleicht schenken wir ihm jetzt erstmal eine Akustik. Ähm, stellte sich raus, mit der hab ich andere Menge Spaß gehabt tatsächlich und hab aus Spielen drauf gelernt, ähm, aber halt trotzdem weiter auch E-Gitarre gespielt und das, äh, dann halt sehr viel Blues und Rock und sowas. Hab dann in einer kleinen, äh, Coverband gespielt, wie man halt so anfängt. Und bin dann aber halt irgendwann auf die, auf den Mitteltrichter gekommen. Äh, genau. Und jetzt ist es so halt, ähm, in den letzten paar Jahren sind zwar diese originalen Synthesizer immer noch scheißteuer, beziehungsweise sogar noch teurer geworden, also gerade wenn man sich so die richtigen Originale von Roland und, ähm, Oberheim und, ähm, Dave Smith und das ganze Zeug so anguckt, die sind halt immer noch rennteuer, da bist du halt immer noch schnell mal so 2, 3, 4, 5.000 Euro los. Aber es gibt dann halt jetzt so Marken wie Behringer, die, ähm, da sehr, sehr interessante Sachen rausbringen. Die halt schon einigermaßen so klingen, ähm, aber halt doch wesentlich finanziell erreichbarer sind. Also, keine Ahnung, dass halt mal 200 Euro ist für viele immer noch viel Geld. Ähm, aber es ist halt irgendwie was Leistbares. Also, ich meine, man kauft sich dann nicht jede Woche so ein neues Ding, ähm, das macht auch keinen Sinn, weil, äh, man muss ja erstmal die Sachen irgendwie lernen, die man so hat. Ähm, aber es ist halt irgendwo finanziell erreichbarer. Und ich meine, gut, mittlerweile bin ich halt auch in der, in der guten Lage halt jetzt doch ganz ordentlich zu verdienen. Ähm. Dieses Erwachsen sein muss auch manchmal Vorteile haben irgendwie. Ja, das ist immer dieses, ne, also, äh, als Kind hast du halt Träume und Zeit, aber kein Geld. Dann bist du erwachsen, dann hast du, äh, keine Zeit, aber das Geld dazu. Und, ja, aber ich versuch das halt irgendwie unter den Hut zu kriegen. Und genau, und, äh, dann hab ich halt, äh, das erstmal, wie gesagt, einen stillen Kämmerlein so ein bisschen für mich gebastelt. Einfach, weil ich Bock drauf hatte. Und, ähm, da muss man auch wieder sagen, da hat Judith halt auch so ein bisschen so ein Teil dran, dass sie gesagt hat, hey, das klingt echt gut, was du da machst mit dem ganzen Zeug. Also, ich spiel auch nebenher zum Beispiel noch mit irgendwelchen, äh, äh, Soundlibraries von irgendwelchen Orchestern rum. Also, das kann man zum Beispiel beim Intro von Sudden Dice hören. Oh, das ist von dir? Ja, ja. Ach, toll. Also, glaub ich, dass der Zwei-Katz das noch nicht benutzt ist. Das Problem ist, ich hör mir halt Sudden Dice nicht an, weil ich hab das halt schon mal gespielt. Und, klar. Dann ist das halt, find ich, äh, so viel, also, muss ich sagen, der Zwei-Katz gibt sich da ja wirklich echt sauviel Mühe mit. Oh, ja. Und noch Sounddesign und Hass nicht gesehen. Alter Schwede, geil. Ähm, aber, äh, der Inhalt bleibt halt der gleiche. Die Geschichte haben wir halt gespielt. Und deswegen hör ich das nicht so oft nach, wie ich das vielleicht sollte oder auch die anderen Episoden. Aber, ja, mit so einem Kram hab ich dann halt auch rumgespielt. Und die meinten, ja, ist eigentlich schon ziemlich super. Und ich so, ja, ich hab da so eine Idee im Hinterkopf, was ich mal gern machen wollte. So halt mit Synthesize und das dann halt als YouTube-Kanal zu machen. Und ich meinte, ja, das kannst du, mach das mal. Ja. Also, ich muss gestehen, ich bin Fan. Und, ähm, ich hab mit dir vorher auch schon drüber gesprochen. Und nach dem Abspann, beziehungsweise nach dem Ende von diesem Podcast, werden wir auch noch ein kleines, ja, eine kleine Möglichkeit haben, ein klein bisschen reinzuhören. Ein Bon Mo heißt es, glaube ich. Ein Bon Mo. Ein Gruß aus der, ne, aus der Synthesizer-Küche sozusagen. Und, äh, für alle, die dann eben mehr hören wollen, das ganze Set, beziehungsweise vielleicht auch mehr von dir, die können dich eben auf YouTube finden. Der Link dazu auch in den Shownotes. Und ansonsten mal Bleepy Toys, B-L-E-E-P-Y und Toys wie die Spielzeuge. Aber ... Und dann, äh, Media CCC, also wo wir ja schon auf so einer Chaos-Veranstaltung quasi hier sind, wird's ja dann auch noch was geben, äh, weil ich hab, ähm, war das Montag? Es ist, es ist Kongress-artig, deswegen, es war an Tag 1, ähm, hatte ich, äh, äh ... Stimmt, du hattest ja auch eine Live-Session. Hab ich eine Live-Session gemacht, was für mich halt auch was Neues gewesen ist, nämlich, weil ich da, äh, Dorless gespielt hab. Also, Dorless heißt, äh, normalerweise, wenn ich so die Sets hab, die ich halt so bei mir auf dem YouTube-Kanal spiele, dann ist es halt so, ähm, ich hab halt mehr oder minder die Noten zum Großteil vorgegeben, die laufen aus dem Computer raus, laufen dann in die einzelnen Instrumente rein und ich dreh dann nur noch Knöppe, mach Übergänge und so ein Kram. Und, äh, misch das halt an einem, an einem analogen Mischpult gerade live, wie's mir grad so passt. Ähm, und da ist es so, da kommen halt wirklich die Töne und alles, was da irgendwie gespielt wird, kommt halt irgendwie aus den Kisten raus. Fantastisch. Genau. Und, äh, das war halt auch wieder mal eine Herausforderung und was Neues und ich hab da auch tierisch Bock drauf, das, äh, mehr zu machen, eben dieses Dorless. Ähm, einfach heute, nicht, ob man einen Computer brauchst, ich sitze den ganzen Tag am Computer, von daher. Ähm, ja, muss ich da mal gucken, dass ich da noch ein bisschen, ein bisschen mehr mach. Sehr gut. Aber dann würd ich sagen, gehen wir in Medias Race, starten wir mit ... Vorschlag eins und der ist meins. Wie immer lege ich den ersten Vorschlag vor, sodass wir uns ein bisschen Podcast-Ideen um die Ohren werfen. Mein ersten Podcast-Idee benenne ich jetzt mal ... Untertitel können wir auch gerne noch schrauben. Dinge, die der keiner sagt über ... In jeder Folge laden wir uns ExpertInnen zu einem immer anderen Thema ein und lassen sie zu Wort kommen. Ob's sowas ist wie ein, hey, Leben mit Kindern, der erste Job im IT-Sektor, Studiumsbeginn oder ein Flug ins All, wenn man halt so kriegt. Aber da kann man mal Dinge auf den Tisch bringen, die einem eben vorher keiner sagt. Ob schön oder unangenehm, unbesprochene Themen oder so Tabuthemen oder ein, das hat halt keiner auf dem Schirm. Hier wird mal Tacheles geredet. Das ist der kurz und knappe Pitch für Dinge, die der keiner sagt. Über. So, das ist dann jetzt mein Teil, oder? Also, das ist einfach erst mal die Idee. Okay, das ist die Idee. Genau. Finde ich prinzipiell super. Wird wahrscheinlich sogar nicht ... Also, vor allem auch für die machende Person wahrscheinlich nicht so schnell langweilig, weil du halt immer wieder neue Themen hast. Ich hab ... Also, nicht ganz das Konzept oder was, was ich irgendwie vor zwei, drei Jahren so als Grundidee und als groben Pitch hatte, war, ist ja interessant. Was halt auch so Interviewformat-mäßig sein sollte und wo ich mich halt einfach mit Leuten aus ganz, ganz verschiedenen Themen unterhalten wollte. Und zum Beispiel, ich hab mir Audio-Hardware gekauft, die Überraschung, und dann meinte der Typ, wo ich die gekauft hab, bei Ebay so, na ja, also hier, weil ich meinte so, kannst du das eventuell doch per Post verschicken. Und er so, na ja, ich brauch's dann und dann. Ja, okay, aber eigentlich wollen sich die Leute das bei mir selber abholen am Telefon dann. Und ich so, warum? Der so, hier ist meine URL, das Scheunenstudio, das ist ähnlich, die Tonscheune hieß das Ganze, und der hat sich da halt ein komplett analoges Tonstudio da reingesetzt. Also, was ja heute mit alles digital und Mixing in the Box und hast du nicht gesehen, halt schon eine Ausnahme ist mit einer wirklich fetten amerikanischen Mix-Konsole und hast du nicht gesehen und Bandlaufwerken und wirklich nur so richtig krass. Und da war mein erster Frage natürlich, warum? Und der so, ja, weil ich's kann. Weil ich's einfach total cool find. Also, auch halt irgendwie wieder ziemlich nerdig. Und, äh, aber ja, äh, wieder zu deiner Idee zurückzukommen, auch, auch eine coole Idee. Ähm, eben gerade die Sachen zu beleuchten, die einem eben keiner sagt, wenn's dann eben der Pitch ist, warum sollte ich, keine Ahnung, Betriebswirtschaftswesen oder sowas studieren? Mhm. Also, äh, gibt's so Dinge, wo du sagst so, oh, das hab ich mir doch anders vorgestellt, sowas wie Start in den Job oder ähnlichem. Also, ich muss ja auch gestehen, als Kind hab ich so keine richtige Ahnung gehabt, was mein Vater da eigentlich tut so den ganzen Tag im Büro. Und selbst heute, wenn ich mir ein Studium angucke, und bei mir war das ein bisschen einfacher, weil ich habe erst eine Ausbildung gemacht, dann gearbeitet, und zwar auch schon im Softwareentwicklungsbereich, dann ein Studium gemacht und dann arbeiten gegangen. Das heißt, ich wusste schon so ein bisschen, auf was ich mich einlasse. Aber ich glaub, für viele ist so ein, gerade wenn sie nicht groß WerkstudentInnen, irgendwie waren, während des Studiums, so das Start ins Beruf leben, schon sehr krass, so ein was, so viele Meetings, oh, so 40 Stunden die Woche ist schon tatsächlich ganz schön viel, und auch wie das anfangs schlaucht, weiß ich auch noch. Mhm. Oder auch einfach, ähm, ja, so diese Dinge, die, wie eben der Titel lautet, einem vorher keiner sagt. Und das sind jetzt noch alles harmlose Dinge. Ähm, ich muss gerade sagen, ich hab mich auch mit einer guten Freundin unterhalten, die mehrfache Mutter ist. Die sagt auch ein, so, Thema Geburt, da gibt's mehrere Dinge, die einem keiner vorher sagt. Und die... Was auch gut so ist. Ja, genau. Das ist auch so gut so, weil sonst hätten vielleicht weniger Leute Kinder auf dieser Welt. Ähm, gibt's so Themen, wo du sagen würdest, da würdest du dich als Experte sehen, wo du auch sagen würdest, oh, das würde ich mal gerne weitergeben, weil das wäre für mich ein bisschen weird. Boah. Und ich glaub, jetzt ist mir Geburt wahrscheinlich nicht so, aber... Das wäre dann der Mansplain-Podcast. Oh mein Gott. Das muss nicht sein. Oh Gott. Ähm, äh, keine Ahnung. Ähm, ja, Einstieg ins Berufsleben war bei mir sowieso, äh, alles andere als geradlinig. Ich bin irgendwie, ich hab irgendwie ja auch eine Ausbildung gemacht, äh, zum Industriemechaniker. Ähm, und das halt auch mit der, sag ich mal, Illusion, äh, da direkt irgendwie im Anschluss einen Job zu kriegen. Stellt sich raus, nob. War dann erstmal halt auch längere Zeit irgendwie, äh, arbeitslos und hab dann, äh, was völlig anderes eigentlich aus dem Hobby. Also, ich hab halt damals 3D-Grafiken als Hobby gemacht schon und hab halt irgendwann gesagt, ja gut, wenn das eine nicht geht, dann probier ich das halt, bevor ich jetzt halt irgendwie noch in zig ABMs rumsitze, wo sie mir erklären, wie ich irgendwie, keine Ahnung, Bewerbungen schreiben muss an einem, oder wo sie mir halt einen Computer erklären, ähm, was oft genug der Fall gewesen ist. Ähm, hab ich mir gedacht, ja gut, dann probierst du das halt als, als irgendwie, äh, selbstständiger und, ähm, ich mein, gut, das ist ein Thema, das hab ich relativ lang durchgespielt. Also, ähm, arbeitslos sein, ja gut, mal, mal, ein Vierteljahr oder so ist das bestimmt ganz witzig, aber wenn du dann halt wirklich in den Punkt kommst, wo du halt dann nicht mehr Arbeitslosengeld 1, sondern 2 beziehst, dich halt ständig mit Ämtern rumschlagen musst, äh, die halt nicht immer das, das, also, eigentlich in der Regel nicht das, das, das Beste für dich wollen, sondern die wollen halt einfach bloß ihre Statistik hinkriegen, die sie da irgendwie am Schreibtisch haben. Ähm, das wäre so ein Thema, da könnte ich lange drüber reden, gut, da müsste ich mich natürlich mal, also, müsste ich mein Wissen jetzt mal wieder auffrischen, weil, ich mein, in den Jahren jetzt, ich war jetzt irgendwie acht Jahre bei der Firma jetzt, äh, vorher irgendwie mehrere Jahre selbstständiger als, als Freelancer, als Grafik-Freelancer gewesen und, ähm, es ist natürlich schon eine Weile her, dass ich damit zu tun hatte, aber, ähm, ja, irgendwie sowas, ja, könnte ich da wahrscheinlich sogar beisteuern. Ja, fantastisch. also, dann würde ich sagen, kommen wir doch eine Weite, haken das Thema ab und hören uns an, was du zu sagen hast mit Vorschlag 2, denn bei Vorschlag 2 bist du dabei. Was ich denn als Vorschlag hab, ähm, ist eine Gemeinschaftsarbeit, äh, von einigen Mitgliedern der Binary Kitchen und mir, nämlich die Tonhalle. Es ist eigentlich eine kurze Frage, also, A, die Binary Kitchen ist ja so die, der Hacker-Treff in Regensburg. Das ist der, genau, der Hacker, äh, also nicht Chaos-Treff, äh, ein bisschen Chaos-nah, aber eben, keine, keine Erfa. Ähm, aber, ja, Hacker, Makerspace, genau. Und gleich Frage 2, jetzt kommt ja gleich der Inhalt, aber ist das jetzt der öffentliche Pitch dafür oder hast du schon mit Leuten darüber geredet? Ne, es ist tatsächlich so, dass, dass wir gestern Abend so, ich mit noch ein paar anderen Leuten, Grüße an Olli, ähm, da zusammensaßen, was halt auch so ein bisschen die, die Audio-Nerd-Crew da am Start ist, äh, und dann so drüber und ich meine so, fuck, ich brauche noch irgendwelche Ideen, wo ich mit, mit, äh, 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 drüber reden kann. Und, ähm, Olli pitchte mir dann eine Idee, dass man doch was über Parkhäuser machen könnte und wie die so klingen. Okay. Okay. Die Idee habe ich jetzt, äh, ein bisschen genommen und noch ein bisschen weiterentwickelt, ne, wie es ja so ist bei, bei, bei einem Brainstorming, aber da kommen schon ein paar ganz, ganz nette Sachen bei rum. Ähm, genau, also, ich würde es mal pitchen als, ähm, äh, sachlich nördiger Nischen-Podcast zum Thema, äh, Raumhall und Raumklang. Okay. Ähm, wer sich vielleicht bei uns in der Podcaster und Podstockbubble rumtreibt, dem wird das Wort bisamrattig oder beziehungsweise bisamrattig schon mal über den Weg in den Aufens sein. Oh ja. Ähm, es wird halt geaudionerdet, ähm, genau, ähm, worum es geht in dem Podcast sind, äh, klanglich interessante Locations, ähm, die dann eben auch entsprechend aufgezeichnet werden, also nicht so, ich unterhalte mich über ein Parkhaus, da ist Hall, sondern es wird, das Ganze soll dann natürlich, äh, entsprechend, äh, aufgezeichnet werden, also mit zum Beispiel verschiedenen Mikrofonen, Bändchen, Großmembranen, Kondensator, alles, was man sich da so vorstellen kann, ähm, und das eben an, ähm, an Raumklanginteressanten, äh, äh, Locations, also, ähm, das ist tatsächlich lustig, weil Olli, mit dem ich mich drüber unterhalten hab, der ist, äh, in einem Verein, die betreiben, ähm, eine alte Brauerei als, äh, Eventlocation, wo die halt, äh, Konzerte und sowas haben, und die Brauerei ist noch hinten dran, die ist auch noch, äh, in Betrieb, und wir waren da irgendwann mal, wir waren beim Thomann, und, äh, da ist dann, äh, eben dort, wo, äh, ich glaub, das ist Peignitz, Peignitz müsste das sein, ähm, dann ja nicht mehr so weit weg, und, äh, sind dann da mal vorbeigefahren, und meinte so, ich zeig dir das mal, und, ja, da sind wir da halt durch, und dann sind da halt große, gefließte Räume, und natürlich, was macht der Audionird als erstes? Er geht in den Raum, sieht so einen gefließten Raum und das erste was macht, klatschen. Klatschen. Und dann halt, und, äh, ja, also wirklich, ähm, tatsächlich, tatsächlich ein akustisch, äh, interessantes Gebäude, und, ähm, genau, was man dann eben erstmal machen kann, man kann sich dann jemanden nehmen, der das, den Raum oder das Gebäude dann eben, äh, so mal aus, äh, architektonischer Sicht beleuchtet, also sprich, irgendwelche baulichen, äh, Merkmale und Besonderheiten von dem Gebäude vielleicht erläutert, wie ist das gebaut, was ist da unter, sag ich mal, dem Putz drunter, und, ähm, warum klingt das Ganze dann jetzt vielleicht entsprechend, und dann eben, äh, über den Klang von dem Raum, also, Räume können ja tatsächlich sehr, sehr verschieden sein, ähm, klar, also, ich mein, äh, selbst ein Tonstudio, ein gutes Tonstudio ist nie ein schalltoter Raum, im Gegenteil, also, gerade ein Raum, in dem du, äh, zum Beispiel ein Schlagzeug aufnehmen willst, der muss schon ein bisschen einen eigenen Hall und ein bisschen einen eigenen Sound haben, also, du willst eigentlich gut heutzutage mit alles glatt gebügelt und digital, klar, dann nimmst du dann natürlich alles komplett tot auf und den Rest haust dann halt über irgendwelche, äh, Plugins und, äh, Sachen drüber, aber wenn das halt richtig und gescheit machen willst, dann machst du das halt direkt so wirklich über den Raum, wenn du die Möglichkeit hast. Also, es erinnert mich an eine Führung, die ich mal gemacht hab, noch in einem Hörspieltonstudio, in dem wirklich noch physikalisch gearbeitet worden ist, das heißt, ähm, wirklich in den Raum, in dem die Decken abhängbar waren, das heißt, man konnte die Deckenhöhe verändern, dadurch änderte sich komplett der Klang von dem Raum, dann war, man konnte den Fußboden aufmachen und da waren verschiedene Materialien drin, wie Kies, Sand, Groberstein, sodass man sagt so, oh, ich geh am Strand entlang, tret, 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 und das ist ja auch, da vereinen sich jetzt natürlich auch zwei Interessen von mir, so ein bisschen Schauspiel und gleichzeitig dieses ganze Thema Akustik, dass dann eben da Leute auch wirklich, also, Actor, also, ich weiß gar nicht, wie man das denn nennt, sozusagen so, Foley. Ist das Foley? Ne, 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 Sekunde, das sind ja wirklich Leute, die Hörspielsachen sprechen und gleichzeitig sich in diesem Raum bewegen auf diesen physikalisch echten Dingen. Oh, wie geil. Das heißt, die rennen wirklich eine Treppe hoch und runter, jemand steht da und nimmt den Ton ab. Ne, das ist doch nicht, das ist ja, das ist ja, eigentlich ist das ja ein Schauspieler, der das tut, das ist ja wie, also, also eine Mischung aus Sprecher und eigentlich Geräusche machen. Ja, also, in dem Fall. Und ich würde ja auch sagen, da gehört ja auch eine gewisse Körperlichkeit in dem Moment dazu, von daher, ich weiß nicht den genauen Namen dafür, Spoiler, so produziert man heute nicht mehr, aber heute nimmt man, wie du gesagt hast, den Ton sehr glatt auf, damit, wenn man im Nachgang feststellt, oh, Moment, in der Story ist uns aufgefallen, das mit dem Strand, das könnte zu Verwirrungen führen, wir ändern das, der kommt in die Höhle und dann endet ich halt den Strandsound in Höhlensound, was in der Art von Aufnahme natürlich nicht klappt, wenn ich da echte Geräusche habe, aber wenn ich das alles nur am Computer hinzufüge, dann kann ich natürlich die reine aufgenommene, in dem Fall Stimme, ja verändern, wie ich will. Genau. Aber was ja du jetzt sagst, was ja du jetzt besprichst, ist eben sozusagen keinen spezialisierten Raum für so, ja, Hörspieler und Co., sondern eben zu sagen, oh, du besprichst verschiedene Räume und deren Eigenschaften und vielleicht auch mit Hörbeispielen, dass du da den Leuten näher, den Leuten näher bringst, was man mit so einem Raum anstellen könnte oder was ist so ein bisschen, wo soll es hingehen, ist es eher so der Selbstzweck, verschiedene Räume zu hören, also deren Raumprofil oder damit direkt das anzufangen. Genau, also tatsächlich tatsächlich eher über, also tatsächlich um die akustischen Besonderheiten von den Räumen zu reden, also natürlich ein klangtoter Raum ist langweilig, der ist nicht interessant. Ich meine, so eine Anachoeic Chamber ist mal die erste Viertelstunde, in dem Ding drin sitzt, interessant, ab da wird es dann für die meisten creepy und so lang, bis es unerträglich ist, ist es halt ein schalltoter Raum, also in dem dann halt auch irgendwelche Messungen und sowas vorgenommen werden können, aber das ist tatsächlich, der Raum ist an sich so still und so heiltot gemacht, dass man irgendwann anfängt, seinen eigenen Herzschlag zu hören und das ist dann der Punkt, wo die meisten Menschen dann anfangen, durchzudrehen und das überhaupt nicht können. Also ich habe mich mit Leuten unterhalten und dann gesagt, ja, ich habe es probiert, so 20, 25 Minuten habe ich durchgehalten, dann musste ich da raus. Weil es halt einfach ein völlig bedrückendes Gefühl ist, was man halt nie gewöhnt ist, weil Räume um einen rum, also egal, ob es jetzt halt vielleicht auch schon ein besseres Studio oder sowas ist, aber die Räume haben halt immer noch so ein bisschen einen eigenen Klang und das hat halt so eine Anerquake-Chamber überhaupt nicht. Das ist halt das komplette Gegenteil von so einer Anerquake-Chamber. Eben, keine Ahnung, du nimmst, Kirchen zum Beispiel haben ja mit Absicht eine bestimmte akustische Eigenheit. Eben mit einem gewissen Hall und dass der Co und die Orgel, was da alles so drin rumsteht und rumspielt und Töne macht, halt entsprechend schön klingt. Und zum Beispiel der Sing-Sang von irgendwelchen Geistlichen, den man so kennt, der hat halt den Sinn, dass wenn man das eben nicht verstärkt und nicht mit Boxen dann noch in die letzte Ecke von der Kirche irgendwie macht, man versteht es halt dann immer noch. Also, genau. Dann kommt eben der Bisamrattenanteil. Wie wurde der Raum mikroformiert? Ganz kurz vielleicht nur für alle Hörenden, Bisamratte ist so ein bisschen eigentlich so ein Insider-Running-Gag. Das ist so ein Es ist ein Safe-Word, jetzt bitte aufzuhören über Audio-Technik abzunerden. Genau, wenn die Partnerin neben dir die Augen so weit verdreht, dass man nur noch weiß sieht, dann sagt irgendjemand anders, der gerade in diesem Video-Chat ist, Bisamratte, um mich zum Beispiel sehr, sehr häufig darauf hinzuweisen, dass ich gerade ein bisschen zu hart abnörde. Genau, das ist das mit der Bisamratte. Ich habe sogar einen Bekannten, der jetzt zu Weihnachten eine Bisamratte deswegen geschenkt bekommen hat. Eine echte oder eine Plüsch? Nein, eine Plüsch. Okay. Okay, alles andere wäre echt seltsam. Jetzt, wo du es sagst. Genau, also, Bisamrattenanteil, wie wird das mikrofoniert, welche Mikrofone stellt man da auf, um eben das halt auch in den Podcast zu bringen. Deswegen gibt es dann eben auch in dem Podcast eben entsprechende Audiobeispiele, das Thema, wo wir dann gestern Abend eben in der Vorbesprechung hängen geblieben sind. Wie muss eigentlich ein Referenzklatschen aussehen? Also, wie gesagt, Audionerds, wenn die irgendwo in den Raum kommen, das erste, was sie machen, ist sie klatschen. Oder Akustiknerds. Aber wie sieht eigentlich das typische Referenzklatschen aus? Gibt es da Normen dafür? Ich meine, wir sind Deutschland, also eigentlich wahrscheinlich schon. Also, ich gehe davon aus, dass es kein Klatschen ist, weil es muss eigentlich reproduzierbarer sein. Und es gibt ja diese, diese Klappen, ähnlich wie die Filmklappen. Ja, stimmt. Kennt man vielleicht auch von den Bundesjugendspielen, diese Starterklappen. Im Chat schreibt schon jemand, Bisamratte. Mh. Genau. Aber, genau, es gibt ja diese Starterklappen und sowas, und damit müssen wir das ja eigentlich einigermaßen, ähm, gleichmäßig und reproduzierbar hinkriegen. Ich weiß, dass solche Sachen zum Beispiel auch sehr, sehr gerne nicht, nicht mit Klatschen oder sowas gemacht werden, sondern tatsächlich, äh, mit, äh, Schreckschusspistolen. Ah ja. Einfach deswegen, weil du bei Schreckschusspistolen halt relativ ein breites Frequenzband hast. Ah, ich wollte gerade sagen, man kann auch, glaube ich, sehr gut definieren, welche Lautstärke aus den Dingern rauskommt. Mhm. Ähm, weil im Gegensatz zu den Klappen, die, keine Ahnung, das ja noch mit unterschiedlichen Druck zuschlagen und Ähnlichem. Das kann ich mir eben vorstellen, dass das, die Sache noch mal leichter macht. Also, in welche Richtung hältst du das? Mhm. Ähm, äh, äh, jemand meint, Laufzeit kann man dann auch schön messen. Ja, das wäre nämlich meine Bonusbeigabe. Es gibt nämlich sowas, das nennt sich, äh, Impulse Responses oder, ähm, ich kenn's als das. Es gibt noch einen tollen deutschen Namen dafür, den weiß ich aber grad nicht. Ähm, das heißt, man schickt bestimmte Testtöne und Laufzeiten und sowas dann halt durch, äh, Boxen durch, ähm, durch natürlich gemessene Referenzboxen. Ja. Und damit kannst du praktisch, äh, eine digitale Replik von dem Raumhall herstellen. Ich hab sowas zum Beispiel von einem der längsten natürlichen Halshalle? Hello? Ähm. Hello? Hello. Äh, genau. Äh, nämlich ein, puh, ich glaub anderthalb Kilometer langer Öltank aus dem, äh, ja, Öltank der, äh, schottischen Marine aus dem Zweiten Weltkrieg. Und der klingt halt mehrere Minuten nach. Wow. Und davon gibt's einen Impulse-Response, den man sich dann halt zum Beispiel in Reaper, äh, was da ja so eine relativ beliebte Audio, äh, Software ist, so eine DAW, dann reinladen kann und dann hat man den Hall halt zu Hause. Also, wie auch der Raum auf bestimmte Frequenzen reagiert, ist ja auch relativ lustig. Mhm. Ja, und ja, äh, hier an den Sascha, ich will sowas auch aus der Glasbos, die hat nämlich irgendwie auch einen sehr interessanten Hall. Also, Glasbos ist das Ding in Leipzig, äh, vom Messezentrum, da dieser Glasüberbau, äh, in der Mitte. Ah, den man öfter in Bund sieht, äh, mit Fairy Dust und, genau, genau, genau. den netten Bildern von den letzten echten Kongress. Das heißt, es gibt auch dediziert Hard, äh, Software, die so Dinge macht, wie dieses lustige YouTube-Video, wo ein Typ mit einem Saxophon vor so einer größeren, ich glaub, so einer Pipeline steht und hineinspielt und in dem Moment, wo ein gewisser Takt zurückkommt, er passt eine Musik auf, das von ihm selbstlos geschickte Musik wieder oben drauf spielt. Ja, wobei man da dann Echo und Hall unterscheiden muss. Ah, okay. Also Echo ist Echo, Echo. Und Hall ist halt Hall. Also das klingt dann halt, Ah! Reverb und Delay, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Ja, ist auch ein cooles Ding. Ähm, macht tatsächlich der Öltank dann auch noch. Also der hat dann wirklich nicht nur einen Hall, sondern es ist ein Echo, weil halt irgendwann geht's dann hinten an die Wand und wird wieder zurückgeworfen. Ähm, genau. Und halt Zugabe, also, wir sind ja, äh, ne, Jahre 2021 gleich, äh, Ähm, das muss ich natürlich auch monetarisieren lassen, das Prinzip. Deswegen gibt's dann eben für die, äh, Patreons und, äh, Premium-Abonnenten gibt's dann eben, äh, die Impulse-Responses zu den Räumen und natürlich, und natürlich, äh, Binaural-Audio. Oh, oh, also damit der Klang, äh, ja, mit so einem, ja, wie so einer Art Mikrofonkopf abgenommen wird, damit das klingt, als wäre man dort vor Ort. Genau, äh, der Fairer, mit dem ich gestern über das Thema gesprochen hab, der, äh, zu dem ganzen, äh, Thema dann auch einen guten Input geliefert hat, nämlich die Idee, die Grundidee, ähm, der hat jetzt gerade, äh, genau, Tom Scott, äh, Testing the World's Longest Echo und das müsste das Video sein, was er da verlinkt hat. Also, dann jetzt gerade mal in den Chat gucken, da hast du direkt was für die, für die, für die Show Notes. Ja, ja, genau, das ist das, das ist, äh, völlig gaga. Fantastisch, nehme ich ja auf, werfe ich in die Show Notes. Aber bevor wir jetzt, bis am Rattentechnisch, völlig explodieren, würde ich sagen, kommen wir zu, noch, Vorschlag 3, das ist mal wieder mein Brei und, äh, das ist der Podcast für mich selbst, vor 10 Jahren und in 10 Jahren. Es gibt ja so dieses Thema, oh, wir sind gerade am 29. Dezember des Jahres 2021 und, äh, kommen ja schon die Ideen hoch mit, ach, nächstes Jahr, da könnte ich mal endlich Sport machen und aufräumen, meine Steuererklärung früher machen, abnehmen und, ach, was man nicht so alles machen möchte, fünf neue Programmiersprachen lernen und, und überhaupt. Dabei, sagen eigentlich ziemlich alle Leute, ein viel sinnvolles eigentlich, jetzt mal so ein bisschen innezuhalten, gegen Ende des Jahres so ein bisschen Selbstreflektionen einfließen zu lassen und ich will jetzt gar nicht auf eine tiefenpsychologische Sache entlang, sondern eher auf so das Idee von so einer Zeitkapsel. Und zwar, wenn ich heute einen Podcast aufnehmen könnte, den ich mir selber zuschicke und ich hätte ihn dann vor 10 Jahren gekriegt, beziehungsweise ich archiviere heute einen Podcast und kriege ihn selber in 10 Jahren einfach nochmal zugeschickt, was würde ich mir selber da aufsprechen? Da könnte man vielleicht verschiedene Gäste einladen, die das eben so als, so eine Art Zeitkapsel für sich selbst füllen. Gut, das mit der in der Zeit zurückreisen, da müssen wir noch ein bisschen dann arbeiten. Vielleicht hat er der Johannes ohne Kuh mit der Lano Inc. Vielleicht so die eine oder andere Idee, wie man das schaffen könnte. Aber eher so als Gedankenexperiment ein, was würde ich mir selber vor 10 Jahren sagen? Einzige Prämisse vielleicht ein, kein Elk auf Bitcoins und ähnliche Anlagentipps sind vielleicht ausgeschlossen und ich sag mal auch das Thema von bitte verhindere Autounfall anstelle XY ähnliches, die würde ich jetzt vielleicht mal ausnehmen. Die sind einerseits ein bisschen zu einfach und das andere ist ein bisschen, ja doch ein bisschen zu bedrückend vielleicht. Aber das ist eben meine Idee, so einen Podcast zu machen, wo man mit verschiedenen Leuten, von denen hört, was würde ich meinem Selbst von vor 10 Jahren raten und was möchte ich mir selber für in 10 Jahren mitgeben? Aber ganz ernsthaft, würdest du dir nicht sagen, kauf Bitcoins? Ja, aber das würde einfach jeder. Das ist halt das, wo ich sage, das ist doch zu einfach, ne? Also ich würde mich ja betreuen, also. Hey, kauf Men-O-War-Alben, die wären noch was wert. Ja, irgendwie sowas, wobei ich hab da zu viele, ähm, naja, egal. Oder geh auf Clubhouse, geh unbedingt auf Clubhouse, das ist das allerwichtigste. wird sich total lohnen. Wird sich total lohnen. Ja, ja, voll, also, ne? Und, äh, geh nicht in dieses Internet, das wird sich in die Dosis. das ist Quatsch. Und, äh, viel Speichel, viel RAM wird eh völlig überbewertet. Ne, ne, alle, alle, alles Schwachsinn. Ne, ne. Sven tippt. Ähm. Das stimmt hier. Ja, äh, wie hier Sven im Chat schreibt, wir haben hier mal einen Live-Chat, das ist natürlich auch spannend. Das wird vielleicht eventuell hartpersönlich, ganz klar. Stimmt, aber stimmt, du bist das ja gar nicht so richtig gewöhnt, ne? So mit Live-Chat und. Ja, ja, das ist für mich komplett neu. Dadurch, dass ich auch gar nicht, auch einen fixen Aufnahmezeitpunkt habe, weil ich ja gerade mit wechselnden Gästen oft arbeite, in der Podcast-Pastete, liegt es dann so ein bisschen in der Natur der Sache, dass ich halt aufnehme, wann auch immer der Gast, äh, die Person, die zu Gast ist, Zeit hat und dann, äh, das Ganze jetzt auch nicht unbedingt mit so einem Livestream oder Ähnlichem stattfindet. Aber vielleicht muss ich das noch etablieren oder so. Ich finde das eigentlich ganz nett. Ja, es ist nett, aber, wie gesagt, also gerade, also, der einen oder anderen Gäste oder Gast, äh, wird es halt vielleicht auch nicht unbedingt passen, live zu sprechen. Dann ist das vielleicht auch nicht ganz so gelöst und, und ehrlich, äh, und daher, zurück aber zu deinem Pitch. Interessante Frage, was würde ich mir, also, wenn ich mich nicht gerade trollen würde, ähm, Ja, und, äh, dann setze ich halt natürlich noch die Frage in der, was wäre dein persönlicher Troll-Move, wenn du sagen würdest, so, hey, äh, mich selbst vor, vor und vor zehn Jahren trollen, voll gute Idee. Also, ich sag mal, investieren in Manurera-Platten ist schon relativ weit vorn. Ähm, nee, ähm, keine Ahnung, ähm, also, was ich mir wahrscheinlich sagen würde, ist, äh, einfach bestimmt bei bestimmten Sagen wirklich dranbleiben und durchziehen, weil das ist tatsächlich was, ähm, hab ich ja irgendwo zwischendrin schon mal erwähnt, das irgendwie mit Arbeitslosigkeit und dann halt irgendwie ein Hobby zum Beruf machen mit 3D-Grafikern, das war nicht immer einfach, aber ich hab's halt echt durchgezogen und, äh, hat mich jetzt auch, äh, tatsächlich einen recht, äh, komfortablen, einigermaßen luxuriösen, äh, Punkt gebracht in meinem Leben. Aber das ist ja schön, wenn das dann, also, will nicht sagen, trotzdem, aber dass es geklappt hat, also, ähm. Ja, klar, hätte genauso gut schiefgehen können und, Genau, aber dann wäre, ich sag mal, dann wäre das ja vielleicht tatsächlich so ein bisschen so ein bitterer Podcast, wenn du sagen hättest so, ach, hätte ich nur, dann hätte ich das durchgezogen, dann, und es ist alles so nicht gekommen und deswegen ist es doof. Also, von daher, ähm, naja, ich glaube, ich muss mal auch ein bisschen aufpassen, dass es nicht, äh, nicht ein Dingen nur hart nachtrauern und ähnliches ist. Entschuldigung, Live-Chat ist, Live-Chat ist super. Manowar-Shirts in L, du wächst da noch rein, ähm, ich bin über die L raus, egal. Komisch. Äh, ja, ähm, nee, aber tatsächlich, äh, sich selber da vielleicht auch teilweise Mut zu sprechen, wo es halt, äh, nötig ist, weil ich halt auch manchmal an Stellen in meinem Leben halt gewesen bin, wo ich halt, äh, am liebsten alles hätte hingeschmissen und hätte dann wieder geguckt, dass ich halt irgendwie, keine Ahnung, einen total langweiligen Job in irgendeiner Fabrik mach, wo ich halt den ganzen Tag zwei Handgriffe mach, äh, wo ich aber jetzt schon, also, wo ich aus Erfahrung, die ich halt auch in der Lehre gesammelt hab, äh, ziemlich genau weiß, dass das definitiv nichts für mich ist, weil ich dann angefangen hab, Pi im Kopf auszurechnen und ich wusste zeitweise auch, warum und welche Zahl und, äh, ich glaub, fünf oder sechs Nachkommastellen geschafft. Okay, okay. Ja. Beeindruckend und gruselig zugleich. Richtig, äh, im Nachhinein auch, dass, ähm, genau. Oh nee, aber, ja, das ist, ist auf jeden, also, selbst wenn man's nicht machen kann, also sich gerade in die Vergangenheit Nachrichten schicken, ist das natürlich trotzdem irgendwie ein super, äh, Gedankenexperiment. Und was für eine Sache, wenn ich, äh, soweit fragen durfte, also, es geht ja jetzt eigentlich erst mal um den Pitch, ich will dich jetzt gar nicht so, so ausquetschen auf so einer persönlichen Ebene. So ein, äh, gäb's irgendwas, was du sagen würdest, hey, erinnere mich mal in zehn Jahren an XYZ. Also, ich weiß nicht, ob ich damit mit der Aussage, äh, wirklich, wirklich einen, einen längeren Podcast füllen könnte, aber, äh, ich glaube, was ich mir in zehn Jahren bitte immer noch, äh, sagen würde, ist, äh, 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 das klingt jetzt total cheesy, weil's halt auch Steve Jobs, äh, Steve Jobs schon gesagt hat, stay foolish, stay hungry, also, äh, halt interessiert und neugierig bleiben, ähm, ähm, und halt auch ein bisschen bekloppt und, äh, ich mein, gut, in der Chaos Bubble ist das halt was, was uns halt alle irgendwie so doch zu einem guten Stück vereint, halt, Sachen selber auszuprobieren, Sachen selber zu erfahren, Sachen vielleicht auch irgendwie, äh, ähm, mal kaputt zu forschen. Ja, ja. Ich hab mit Judith im Vorfeld von einer gewissen Wichtlei halt reihenweise Ikea, äh, Kissenbezüge kaputt gelasert. Ja. Dinge, die man halt so tut zu Haus, mit Lasern. Nein, nicht zu Haus, tatsächlich im Hackspace, aber so schlimm ist es noch nicht. Andere Leute haben 3D-Drucker, wir haben einen Laser. Nee, ähm. Genau, äh, nee, aber halt, äh, einfach wirklich neugierig zu bleiben und wirklich, wirklich, äh, äh, halt immer wieder Sachen auszuprobieren, auch wenn sie mal irgendwie ein bisschen außerhalb der Comfortzone sind. Also, ich mein ... Oder vielleicht gerade deswegen. Gerade deswegen, erste Congress, äh, keine Ahnung, 15, 16.000 Leute, äh, auf einem Haufen sind für mich halt prinzipiell erstmal so von dem, was man von der normalen Welt kennt, halt eigentlich meine persönliche Vorhülle. Also, ich ... Wenn ich irgendwann mal in die Hölle kommen sollte, wenn's so was gibt, ich geh nicht davon aus, dafür bin ich zu, äh, atheistisch, aber für den Fall, dass es das gibt, wenn's eine persönliche Hellwirk gibt, dann ist das wahrscheinlich, äh, in meinem Fall, das München Oktoberfest. Das wär gerade meine Frage gewesen, so Oktoberfest München im Bierzelt. Nein, äh, nein, keine zehn Pferde, das wird niemals mein Tod sein, ich werde da nicht hingehen. Also, man müsste mich da wirklich hinschleppen. Und, äh, wie gesagt, 15.000 Leute, 16.000 Leute auf einem Haufen in einem großen Messezentrum, gut, ich hab auch ein paar Mal die Games Convention mitgenommen. Beim zweiten Mal ... Aber man hätte das alles gerne lieber mit weniger Leuten irgendwie, ne? Mit weniger Leuten, und das hab ich dann halt beim zweiten Mal Games Convention gemacht, äh, da war ich dann eben zum Wachbesuchertag gewesen, in dreieinhalb Stunden die komplette Games Convention gesehen gehabt, in ... Nein, damals noch die Games Con, genau, in Leipzig halt noch, ne? Also, auch in der Glaswurst und angeschlossenen Hallen. Ähm, und ... Das war halt irgendwie alles mir zu viel und viel zu viel irgendwie visueller und akustischer Input und, ja, irgendwann dreh ich da halt durch. Und, äh, äh, ja, und dann halt zu sehen, okay, das kann funktionieren, wenn die richtigen Leute aufeinandersitzen oder die richtigen Leute dabei sind. Und seitdem bin ich dann halt immer wieder zum Kongress gefahren. Komisch, ne? Ja, und ich wollte gerade sagen, eigentlich, es ist ja trotzdem, also, ich find, das schlaucht ja trotzdem, also, einerseits irgendwie ist es für mich so ein, einmal im Jahr irgendwie so den Energiespeicher an, möglichst viel Nerdtum auf kleinstem Haufen und lauter neue Dinge lernen, auch zu saugen und den voll zu kriegen. Und gleichzeitig macht's einen völlig platt. Weil das einerseits so anstrengend ist und auch diese, es ist wie eine Messesituation ja trotz allem. Mit der Menge, der Lautstärke und allem. Also, einfach sensorisch halt einfach, selbst wie, wie jemand, der halt neurotypisch ist, ist es halt immer noch eine Menge a lot to deal with. Also, äh, aber es ist halt irgendwie in der Maße, du hast halt immer wieder Rückzugspunkte, wenn du jetzt sagst, okay, das wird mir jetzt gerade echt zu laut, ich geh jetzt mal raus, geh mal dahin, geh mal dahin. Du hast halt dann immer wieder doch irgendwo ruhige Inseln, die, was du bei einer Messe halt nie hast. Bei einer Messe, gerade eine Spielemesse oder Computerspielmesse, ist es halt immer bloß bumm, 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 bumm. Ja, klar. Also, ähm, du hast da wenig Rückzugsorte, außer du gehst mal raus vor die Halle und gehst mal ein Rauchen oder sowas, aber das macht halt auch nicht jeder. Aber, äh, ja, alles, alles einmal mit LEDs, das Hirn weg, Blitzdingsen, ja, das fasst schon ziemlich gut zusammen. Also, es ist halt einfach eine andere Welt. Also, es ist tatsächlich eine andere Welt, was du dann immer dann feststellst, wenn du gerade einkaufen musst und gehst mal rüber ins Kaufland. Oh ja, oh ja. Selbst da ist, ist, ist aufgrund des angeschlossenen Publikums die Dichte von, äh, netten und korrekten Menschen halt immer noch relativ hoch, wie wahrscheinlich sonst im ganzen Jahr da nicht. Äh, ohne jetzt gegen, gegen Sachsen oder, oder, oder Leipzig haten zu wollen. Äh, äh, aber, äh, es ist halt einfach ein kompletter Wiedereintritt, ein ziemlich harter in die normale Welt, die halt nicht Chaos ist und die nicht der Chaos ist. Mhm. Ist halt weniger ein, ein, oh ja, klar, also, blöd gesagt, was ich ja auch in diesem, und ich glaub, dann machen wir die Kongresskiste zu, ähm, ist ja auch, äh, dass so Dinge passieren, wie Leute stehen an, um Merch zu kaufen und dann kommen irgendwann, oh ja. kommen die Leute in der Schlange drauf, wie sie noch effizienter anstellen könnten, reden miteinander und führen das einfach aus und du denkst dir so, machen wir das. seid ihr völlig wahnsinnig und im Supermarkt drehen sich irgendwie Leute vor und alle prügeln sich irgendwie, damit die Kassen frei sind, wo ich mir immer denke, so das Modell in, und vielleicht tue ich dem jetzt Unrecht und, ne, da war ich zwei, dreimal im Urlaub dort, so, nee, im Supermarkt in Frankreich gab's eine lange Schlange und vorne dann sozusagen direkt vor den Kassen waren die Leute vereinzelt und immer, wenn irgendwo eine Lücke kam, ist die vorderste Person zu dieser einen Kasse hin und diese komplette Schlange ist halt schneller vorwärts und dafür haben sich die Leute dann, wenn sie vorne waren, erst vereinzelt, anstatt dass du vereinzelte Schlangen hast, das heißt, im Durchschnitt ist es eigentlich für alle schneller. Das ist voll klug eigentlich, ne? Wo ich mir denke so, aber in Deutschland wird das nie passieren und auf so Dinge wie so einem Kongress passieren so Dinge und irgendwie, weil die Leute irgendwie alle Bock haben, irgendwie Dinge zu verbessern und, ja, also klar, überall gibt's Arschlöcher, sind wir ganz ehrlich, auch auf einem Kongress sind Idioten dabei, aber gefühlt sind, die Dichte ist wesentlich gering. Oder vielleicht ist es auch einfach, dass die Leute alle so Bock haben, dass sie sich für diese vier Tage so zusammenreißen, dass es echt irgendwie so ein bisschen Utopie spielen ist, einfach für diese. Erster, ja, das sowieso, erster Kongress, auf dem ich noch irgendwie Merch angestanden hab, äh, war halt auch so, ach, ich dachte so farg, die Reihe ist lang, aber, ja, erster Kongress, du willst halt schon was mit nach Hause nehmen und fuck ist die Reihe lang und dann war's aber erstens so, dass ich dann irgendwie mit zwei, drei wirklich wildfremden Leuten mich dann über einen Talk über, ich glaub, das war damals der Hack der Wii U, die da halt aufgemacht worden ist mit irgendwie durch einen Bug in irgendeinem, äh, Nvidia-Tegra-Prozessor und Blablub und Zeug, äh, dass die sich angefangen haben zu unterhalten und ich meinte, ja, hier Talk hab ich gesehen und so und so hab ich das verstanden, also, die waren halt irgendwie, keine Ahnung, vom, vom, vom reinen Wissensstand, äh, Lichtjahre voraus und das sind so wahrscheinlich bis heute und wahrscheinlich noch viel weitergekommen als ich, ähm, ich bin ja da im Vergleich dann doch eher der, 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 das, 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 das Technik-Rindvieh noch, äh, aber, das ist aber einfach, glaub ich, jeder, du bist, hast in deiner Ecke so ein bisschen Plan und der Rest, da sind halt laute Leute und die richtig Ahnung haben. Ja, das ist furchtbar, also nee, nee, es ist nicht furchtbar, nee, das ist eigentlich, das ist im Gegenteil, das ist das Teile, weil in dem Moment, wo du anfängst mit den Leuten zu reden, die erklären dir das alles. Und die haben alle Bock drüber zu reden. Und die haben da voll Bock drüber zu reden und selbst wenn du dann noch nachfragen hast und blau und plump, das ist halt einfach, und ich hab mich dann halt in der Zwischenzeit irgendwie mit den, keine Ahnung, der eine Typ war aus Frankreich, der andere hat irgendwie Englisch mit irgendeinem Dialekt gesprochen, den ich irgendwie überhaupt nicht kannte und dann standen wir da halt da wie jetzt die Wii U und wie sie das jetzt aufgemacht haben und blau und plump und ich hab dann halt logischerweise Fragen, weil, wie gesagt, halt überhaupt nicht mein Themengebiet. Und auf einmal stand man dann da an dem Schalter und dann mussten wir sagen, was wir da für Klamotten wollten. Und das war echt super. Okay, also das heißt, wir hatten jetzt eigentlich gerade Vorschach 3.5 ein, ich vermisse den Kongress, also den physisch vor Ort Kongress und möchte ihn wiederhaben und erzähle irgendwie meine meine Wholesome-Stories darüber und freue mich drauf, wenn das wieder geht. Nö, wir machen das einfach nächstes Jahr. Punkt, Ende, aus. Sehr guter Plan. Sehr guter Plan. Alle schon, alle impfen, alle boosten und dann geht das wieder. Und auch geht, würde ich sagen, Vorschlag 4 und der kommt wieder von dir. Wieder von mir. Da hattest du ja schon so Sachen, die man für sich selber machen will. Also jetzt nicht so philosophisch wie du, sondern ein Ding, wo ich gerade tatsächlich auch ernsthaft dran rumdenken bin. Und wenn da jemand, Entschuldigung, wenn da jemand Bock drauf hat, ich habe das Thema Synthfluencer. Es ist ja schon vorgekommen, dass Leute angefangen haben, mit dem Zeug zu spielen, weil ich da halt irgendwie mit doch einiger Begeisterung davon gerne davon spreche und viel. Und ja, Synthfluencer ist halt ein Podcast zum Thema Klangsynthese. Also egal, ob analog, digital, FM, Subtractive oder was auch immer. Und Plan wäre da eben zu sagen, okay, ich picke mir jede Sendung ein Hauptthema aus. Also keine Ahnung, zum Beispiel, hey, Modulare Synthesizer, so 101, was gibt es da eigentlich, wie will man anfangen? Gibt es übrigens eine sehr, sehr gute Episode CRE dazu, wie eigentlich zu fast jedem Thema. Oh ja. Muss man leider sagen, aber tatsächlich, also die, das heißt leider, also es ist ein super Podcast. Und da gibt es eben auch schon so ein bisschen Grundlegend und das halt weiter in die Tiefe bringen. Also zum Beispiel, hey, Geschichte von bestimmten Herstellern, wer ist eigentlich dieser Herr Mock oder Oberheim und was ist da alles, Fairlight, was ist da alles so an legendären Firmen gibt. Also da gibt es ja doch schon ein paar sehr, sehr große, die da irgendwie die Gestalt von dem ganzen Thema doch sehr, sehr geprägt haben und dann halt eben ein Teil, wo halt Basics einfach auch erklärt werden. Also ich bin ja Podcast-mäßig mit dem Podcast Happy Shooting groß geworden, der sich mit Fotografie beschäftigt und auch Grüße an der Stelle, Chris, wenn du das hören kannst. Hi. Genau. Das ist halt einfach, da halt eben nicht nur Fortgeschrittene an die Hand nehmen, sondern zum Beispiel eben auch Leute reinziehen. Was ich halt bei solchen Themen immer wichtig finde, eben zu sagen, okay, wie funktioniert das eigentlich prinzipiell? Was ist eine Höhlekurve? Was passiert da eigentlich? Was ist der Unterschied zwischen CV und Gät? Also ich gehe gerade schon wieder ins Nerdige. Ich hätte es gar nicht gemerkt, ja. Wenn jemand mal kurz Bisa-Matte rufen kann, ich mache es dann selber. Genau. Dann vielleicht in der Sendung irgendwie so einen Artist oder Track of the Sendung oder of the Day oder keine Ahnung, wie man das dann nennt. Dann zum Beispiel eben Sounds und Setups von bestimmten Künstlern oder bestimmten Tracks erklärt. Oh, ich würde dir da hart einen Podcast empfehlen, der heißt Strong Songs. Da nimmt ein Musiker bekannte Popmusik auseinander und erklärt ihr en Detail. Und ich glaube sozusagen, zu sagen, man macht sowas, geht dann aber ein bisschen weg vom Storytelling und der Geschichte der Personen dahinter, auch noch, die den Song geschieben hat und wie der entstanden ist und dann dafür sozusagen nur in der Genre der Synthesizer Musik und dafür umso mehr in ein Oh und wie sind diese eigenen Klang oder Klänge erzeugt und wie kommen sie zusammen. Wäre ja voll sozusagen, also ein ähnliches Konzept, eine ähnliche Richtung, aber eben auf dieses Thema, wo du sagst, eben genau Synthesizer spezialisiert, könnte ich mir sofort vorstellen. Du kennst, also um kurz, nochmal, also du merkst schon, abschweifen kann ich. Kennst du Rick Bieto? Nein. YouTube-Kanal, große Empfehlung, du bist ja auch so ein bisschen Musik-Nerd und magst ja Musik im Generellen auch. Rick Bieto, die Reihe What Makes This Song Great. Ah. Wenn du wirklich richtig gut und fett einsteigen willst, schaust du dir die extra lange Version von Bohemian Rhapsody an. Oh, okay. Der Interviewpartner ist halt auch passend, das ist Brian May. Oh, okay. Und die nehmen das, die nehmen das ganze Ding so bis ins kleinste Detail auseinander. Das ist echt eine Schau. Toll. Mhm. Auch das, das wir hier gekriegt haben, das ist ja großartig. Rick Bieto ist tatsächlich nicht unbekannt und die Serie, es läuft auch schon eine ganze Weile, was er da, also Rick Bieto ist eh eine coole Socke, der auch viel zum Beispiel Musiktheorie erklärt. Mhm. Und das halt auch sehr, sehr anschaulich und sehr, sehr gut kapierbar. Musiktheorie ist eigentlich relativ trocken, aber wenn man es dann mal verstanden hat, kann man das eben auf Musik umbasteln oder in Musik basteln und das macht er eben auch sehr, sehr gut und wie gesagt, also What Makes This Song Great hat dann eben so Sachen dabei wie Tool auf einmal oder er hat sich mal eine ganze Zeit lang mit verschiedenen Metal-Bands beschäftigt, wo er halt eigentlich, also, das heißt eigentlich, irgendwie ja auch schon, also er mag bestimmte Metal-Stilistiken und dann nimmt er das Zeug halt auseinander. Okay, warum ist das jetzt cool? Dann hat er wieder irgendwie eine andere Episode über Nirvana und nimmt da halt mal so ein bisschen Zeug auseinander. Das ist echt super und wie ist das aufgebaut? Und dann nimmt er die Songs teilweise auch wirklich spurenweise auseinander, was teilweise sau interessant ist, wo du halt Musik anfängst, anders zu hören und sowas könnte ich mir eben mit Synthesizer natürlich auch total super vorstellen. Aha. Genau, und natürlich dann auch noch so als kleines, ähm, eine kleine Abteilung, also ich mag es ja schon so ein bisschen, wenn so solche Podcasts so ein bisschen in so, ja, Schubladen will ich nicht sagen, aber so in so Unterkategorien aufgeteilt sind, äh, Themenbereiche, äh, MIDI and Me. Oh. Ich habe in den letzten zwei Jahren so unglaublich viel über MIDI gelernt und ich weiß ungefähr ... Also MIDI ist so ein, äh, Schnittstelle von ... So viel, also, äh, von Audio-Geräten untereinander. Musical Instrument, Digital Interface, ähm, die Schnittstelle selber ist, äh, fast so alt wie ich. Oder, glaube ich, sogar so alt wie, ich glaube, 82 oder so ist die rausgekommen. Ähm, oder sogar noch früher, ich bin mir gerade nicht sicher, aber, ähm, ist eigentlich schon furchtbar alt und eigentlich auch, äh, krustig und, äh, äh, kann eigentlich für moderne Instrumente nicht mehr genug, deswegen gibt's bald MIDI 2, ähm, was sau interessant wird, ähm, aber da ist man gerade noch dabei, sich auf einen gemeinsamen Standard zu einigen und ... Ich wollte sagen, bis man ein E-Piano kauft, das, äh, MIDI 2 hat, äh, das dauert noch ein bisschen. Ja, ich glaub auch, das wird noch ein Stück dauern, bis dahin ist das ganze Musikzeug sowieso durch irgendwelche KIs ersetzt, wird dann durch, äh, durch Autofacial Intelligence dann irgendwie generiert. Aber, ja, MIDI, MIDI ist ein sau interessantes, ähm, äh, äh, Protokoll eigentlich, ähm, was halt eigentlich auch sau viel kann, also, in Maße von halt, 128 Schritten, aber, ähm, dafür halt, äh, parallel relativ viel und das halt in Echtzeit. Nicht ganz so Echtzeit, wie ich gestern mit einem Bekannten, mit dem ich jetzt ein bisschen Musik gemacht hab, in den letzten paar Tagen, äh, feststellen musste, weil ... Ein bisschen Latenz ist halt immer da. Genau, aber, äh, das ist halt auch, äh, das wär zum Beispiel auch ein interessanter Teil in der Sendung. Fantastisch. Also, äh, kann ich mir sehr gut vorstellen und auch, da ich selber ein Fan von diesem Strong Songs Podcast bin, wär ich da voll drin. Gerade wenn's dann mal auch ein bisschen in die Tiefe geht von Dingen, na gut, dann muss für mich natürlich ein bisschen so die Balance dann zwischen einem, kann ich da damit noch was anfangen oder, ähm, übersteigt es mich sozusagen meinen Horizont so, dass ich dann damit nichts anfangen kann? Aber wenn das für mich gut getroffen ist und, ähm, ist natürlich die Frage, ne, wer ist Zielpublikum? Für mich muss sozusagen, damit ich persönlich jetzt das höre, muss das gut getroffen sein, so dieser, nicht überfordern, aber auch neue Dinge lernen gerade. Aber wenn das für mich passen würde, würde ich da sofort zuschlagen. Klingt total gut. Jetzt fängt, jetzt fängt da natürlich das kleine Männchen in meinem Kopf im Hintergrund ja schon an zu drehen und so, äh, was natürlich da verdammt blöd ist, wenn du über einen Artist oder einen Track redest. Mhm, mhm. Dann willst du das eigentlich spielen. Ja, willkommen in Deutschland unter Verwertungskette von, äh, irgendwie Musik und Einspielern und ... Warte mal, das Bild kommt nicht in den Podcast, oder? Mhm. Naja, es wird auf media.ccc.de wahrscheinlich veröffentlicht, von daher, äh, ich glaub, da treff ich das richtige ... Ich glaub, da, 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 da treff ich das richtige Publikum zum Thema, äh, GEMA. Ähm. Ich mein, der Punkt ist, klar, jetzt könnte man argumentieren mit, ähm, das ist ja dann ein wissenschaftlicher Kontext, mit dem man sich auseinandersetzt, aber ... Ja, aber das ganze Fair-Use-Ding ist halt in Deutschland auch nicht so. Und im Zweifelsfall tritt dir die GEMA dann halt trotzdem gegen das Schienbein und stellt dann halt eine Rechnung von 8.000 Euro. Ja, und willst du ... Also, selbst wenn du im Recht bist, willst du es durch ... willst du diesen Streit durchprügeln? Willst du ... Also, kannst du gar nicht. Da steht dann halt die GEMA da und sagt, hier, komm, äh, keine Ahnung, jetzt 8.000 Euro und nimm den ganzen Scheiß, den du jetzt gerade im Netz hast, hast du wieder raus. Und da hab ich dann auch keinen Bock drauf. Ich würde sagen, da kann ich jetzt ein bisschen wieder an die Folge mit, äh, hier, Maha verweisen, der dann eben gesagt hat, wenn du sowas machst, dann vielleicht mal gucken, sowas über Unis zu veröffentlichen. Die haben dann manchmal so Abkommen oder dass so Dinge möglich sind. Aber nichtsdestotrotz, eigentlich würde man sich das schon sehr anders wünschen, dass man hier ein bisschen einfacherer über Dinge reden kann und dann auch mal Einspieler nutzen. Ja, und wenn's nur 10 Sekunden sind oder sowas. Das stimmt. Das wär super. Ich mein, wir haben das Problem ja bei uns im Metal-Podcast. Und was wir dann machen, ist halt, dass wir dann irgendwelche Playlists zusammenstellen. Aber, ähm, es reißt halt irgendwie das Gespräch auch so ein bisschen aus dem Kontext. Wenn ich jetzt, au, die und die Stelle und würdest halt dann gerne mal einfach den Schnipsel einspielen, aber kannst du halt nicht bringen. Das ist echt schade. Immer noch. Ja, ja, bin ich fertig bei dir. Genau, aber das Influencer, ähm, ja, glaub ich, auch noch was, was, äh, ganz witzig sein könnte. Irgendwann, also ich muss jetzt mal gucken, wie das jetzt mit der neuen Arbeit ist und ob ich es dann wirklich schaffe, mehr Freizeit zu haben. Und vielleicht ist es nochmal ein Thema, was ich vielleicht auch nochmal vom reinen, äh, Konzept nochmal neu angehe und, äh, das vielleicht einfach mal. Mal gucken. Ja. Also ich kann noch nichts versprechen oder will noch nichts versprechen, aber das könnte ich mir tatsächlich irgendwie ganz gut vorstellen. Also ich würde mich freuen drauf. Äh, kein Druck, aber ... No pressure, aber mach endlich. Aber mach mal, mach mal. Ja, ja, okay, äh, also ich müsste lügen, wenn ich nicht sagen würde, äh, dass ich heute nicht schon nachgeguckt hab, äh, ob ich nicht irgendwoher eine .er-Top-Level-Domain mit entsprechenden Dingen herkrieg, bevor ich das hier pitch, weil ich bin ja nicht blöd, ne? Aber stellt sich dann raus, dass irgendwie der Host meines Vertrauens irgendwie, äh, Eritrea nicht im Angebot hat. Ah. Ich wollte gerade sagen, hier haben wir mal wirklich den Vorteil im Vergleich zur Sendung mit Roddy, die durch die, sozusagen durch, ich hatte sehr viele Folgen aufgenommen und dann kam Roddys Podcast-Idee für diesen Zahlensender erst raus, nachdem ihn wirklich auch online gestellt hatte und auch diese Sache durchgezogen, weil er gesagt hat, hä, bevor du mit der Folge rausgehst, ich bringe das Ding vorher noch online und, ähm, äh, war natürlich dann ein bisschen schade, das ist kein, oh, Roddy hat was gepitcht und jetzt kommt's auch irgendwann online, sondern, ja, der war dann schon da. Aber hier haben wir jetzt, durch die Live-Situation natürlich, äh, haben wir dich hier so ein bisschen festgenagelt, dass, ähm, wenn's kommt, können wir uns jetzt schon drauf freuen. Du hättest halt dieses You heard it here first gerne gehabt, ne? Ja, klar, klar. Aber übrigens, der, der, der Zahlensender ist, äh, super. Ja, oh ja, oh ja. Äh, ob Folgendes auch super ist, hören wir gleich. Und zwar Nummer 5, Nummer 5 ist Trümpf und kommt aus der Community. Andreas schreibt, und jetzt kommt ein bisschen längerer Text, ich lese das hier mal vor. Okay, ich besuche es mal zu beschreiben. Heißen soll er Lesen, Reiten, Schwimmen, der Freunde-Buch-Podcast. Ich möchte mir gerne interessante Gäste einladen und ihnen die Fragen stellen, die in den 80ern in den Freunde-Büchern standen. By the way, hinter mir steht tatsächlich auch noch ein altes von mir. Ähm, sowas wie Name, Adresse, Hobby, Lieblingskünstler und was möchte ich mal werden. Ich will jetzt nicht der Party-Proper sein. Ja. Aber, der Andreas hat seit neuestem einen Podcast und ich weiß nicht, ob der dir gerade aus... Are you shitting me? Der trägt dir gerade, glaube ich, Schleichwerbung rein. Nein, nein. Doch, also ich habe auf jeden Fall neulich einen Twitter-Account dazu gesehen und bin mir ziemlich sicher, dass da jetzt gerade die Null-Nummer rausgekommen ist. Oh, du, es kann auch einfach sein, dass er mir den gepitcht hat, denn bedingt durch meine längere Pause. Das kann natürlich sein, dass es jetzt echt gemacht hat. Ich weiß nicht, von wann die Nachricht ist. Ich ziehe das jetzt trotzdem weiter durch und wir tun mal so, als gäbe es den nicht. Mach mal, mach mal. Und dann drehen wir ihn in den Grund und Boden. Ähm. Da müssen wir aber erst reinhören. Ich meine, jetzt nicht... Ja, klar, klar. Also. Also, das soll dann beantworten, was sie so im Alter von 10 bis 12 Jahren getan hätten. Nachdem nette Menschen mir ihr Geburtsdatum genannt haben, würde ein paar Fun-Facts aus dem Jahr kommen, als sie 10 waren. Also nehmen wir das Jahr 1992. Das Rotkehlchen ist Vogel des Jahres. Sturz des afghanischen Staatspräsidenten. Die Klima-Rahmen-Konvention der Vereinten Nationen wird in New York City verabschiedet. Windows, äh, Microsoft bringt Windows 3.1 auf den Markt. Fettes Brot wird gegründet. Die Berg-Ulme wird Baum des Jahres. Durch die Antworten baut man dann eine Brücke zu dem Leben des Gastes, beziehungsweise der Gästin von heute. Wenn man zum Beispiel als Berufswunsch Astronaut kommt und es dann Biologe geworden ist, dann kann man mal fragen, warum, wieso? Was ist in deinem Leben eigentlich falsch gelaufen? Den Fragebogen würde ich den GästInnen zurückschicken und sie bitten, den ausgefüllt hier zukommen zu lassen, damit ich grob weiß, wo die Reise hingeht. Das ist der Pitch von Andreas. Ja, Grüße an dieser Stelle, an Andreas. Ich suche gerade den dazugehörigen Twitter-Account. Das ist ja, also das haben wir jetzt noch nicht erlebt, aber wie gesagt, ich will ihm da jetzt tatsächlich nichts reaktives Lachen. Nein, nein, ich will ihm, es war jetzt eigentlich eher so, äh, genau, atfreundebuchpott. Ja, voll gut, voll gut. Genau, der Westkirchen-Andi. Also es ist jetzt nicht so, so, ah, böse und Werbung und bla und blub. Ich meine, es kann tatsächlich sein, dass er sich das irgendwie, äh, äh, überlegt hat. Ja. Ähm, ähm, und dann so gedacht hat, so, ist ja eigentlich eine gute Idee und macht, also, ich weiß, dass das, äh, dass Andreas, ähm, da schon eine ganze Weile überlegt hat, also er wollte immer was machen, also war ja zum Beispiel auch schon ein paar Mal im Sendezentrum, äh, äh, hier im Sendezentrum auf dem Kongress gewesen und bla und blub, ähm, und hat halt irgendwie immer was machen wollen und hat halt eben seine Nische noch gesucht und scheinbar hat er die jetzt gefunden, äh, genau, der Freundebuch-Podcast. Ja, der hat 17 Follower, da kann man ja, da kann man ja auch mal hingucken. Ja, ja, eh, also, ne. Sehr, sehr gut. Wobei da natürlich jetzt die Frage ist, ne, also die aller, allerwichtigste, aller Fragen eigentlich, äh, gibt's denn da schon eine Nullnummer? Hm. Wir werden das herausfinden. Ähm, ein paar Sachen, die ich jetzt reinwerfen würde, wie gesagt, ohne jetzt irgendwie ein näheres Gehör zu haben, ist ein, ich finde die Frage schön und ich frage auch tatsächlich Leute, also eine Frage, die ich oft ganz toll finde, ist ein, sag mal, was wolltest du eigentlich als Kind werden? Und, ähm, also bei mir, äh, kann ich erzählen, bei mir war ein Berufswunsch, äh, Koch und nachher Radiomoderator. Oh, High Five. Bis ich dann zur Informatik kam. Also High Five tatsächlich wegen, wegen, wegen Koch. Ja. Ähm, ich wollte tatsächlich Koch werden, also man muss dazu sagen, meine Mutter ist tatsächlich, äh, ihres Zeichens auch Köchin. Mhm. Und, äh, was wir, was mir mit steigendem Alter tatsächlich auch den Job ein bisschen vercremt hat. Ja, und ich glaube, ein Besser ist das, weil von allen Leuten, die auch irgendwie nur mit der Gastrobranche zu tun hatten und irgendwie im Kochen unterwegs waren, weiß ich so viele Gründe, warum ich froh bin, dass ich das nicht getan habe. Dito. Also nicht nur so dieses, äh, ja, Stänge-Hierarchie, irgendwie Arbeitszeiten aus der Hölle, du arbeitest halt immer dann, wenn alle essen gehen wollen, Lohn unter aller Sau, irgendwie Leute fliegen mal grundlos irgendwie aus dem Job raus oder werden monatelang nicht bezahlt. Also, lauter so Dinge, die man eigentlich nicht haben möchte. Von daher, hm, bin ich dann doch ganz froh, dass, äh, meine Oma auch damals gesagt hat, so Mensch, nee, komm, das machst du hier als Hobby und das tatsächlich so machen, finde ich bis heute total toll. Macht mir so Spaß. Mein Opa hat ja meiner Mutter gesagt, ja, äh, äh, wer kocht, da kannst du deine Matzen wenigstens essen. Also, Mats auf, auf Erzgebirge ist dein, deine Fehler, ne? Ah, okay. Schön. Und, ähm, ja, ähm, ja, wie gesagt, ich bin, ich bin tatsächlich auch froh, dass ich das, also ich, für mich ist Kochen tatsächlich mittlerweile mehr Entspannung. Mhm. Was auch ganz schön ist. Wenn man mal was mit den Händen tut und es riecht und es kommt was raus, ne? Das ist jetzt dann, Ja, ein bisschen, ein bisschen Butter, ein bisschen Butter, ein bisschen Zwiebel rein und schon riecht das geil, ne? Mhm. Ist ja so. Ich wollte sagen, das ist auch der erfolgreichste Tweet dieses Jahres, glaube ich, war es, war, dass sich hier aus diesem Fenster, das sich hier befindet, das im Hochsommer offen stand, irgendwann ein dermaßen guter Geruch von irgendwelchen Nachbarn reingedrungen ist, dass ich mir gedacht habe, holy shit, was auch immer die kochen, ich will wissen, was das ist. Und habe im Treppenhaus, Stimmt, weil es dann Zettel ausgehängt. Genau, da ist so ein Treppenhaus aufgehängt, so ein, ähm, liebe Nachbarn, irgendjemand hat an diesem Tag gekocht, was auch immer es ist, ich hätte gerne das Rezept, kann mir das jemand sagen. Und das wurde dann irgendwie auch tatsächlich von irgendeiner lustigen Zeitung irgendwie aufgegriffen, so ein, irgendwie mal nicht so ein Allmann-Aushang, sondern irgendwie mal was Nettes. Und Spoiler, ich habe leider bis heute keine Antwort gekriegt. Also, ich meine, so grob die Vermutung ist, erst mal ordentlich angebratene Zwiebeln mit irgendwie Gewürzen, mehr weiß ich leider nicht. Ich weiß auch nicht mal, ob es hier aus dem Haus war oder einfach ein Haus weiter, von daher, schwierig zu sagen. Ja, schade. Übrigens, ich glaube, mit unseren Kommentaren zum Thema Lesen, Reiten, Schwimmen, haben wir jetzt, glaube ich, auch jemanden Zugzwang gebracht. Also, das ist doch schön. Soweit ich das nämlich sehe, hat der Account jetzt, den gibt es zwar schon seit Juli, aber ich glaube, der hat erst einen Tweet raus. Ja, ne, Andi? Kann man immer ein bisschen, ne? Können wir mal. Du bist jetzt dran, ne? Sehr gut. Also, wir haben da jetzt eine Werbung gemacht. Jetzt leben wir damit. Finde ich gut. Mach mal. Ja, ja. Das ist doch schön. Nee, ich weiß ja, dass Andi auch so in diesem ganzen Gesundheitswesen-Ding irgendwie zu tun hat. Ja, klar. No pressure, but some pressure. Ja. Ja, und das andere Radiomoderator war ein, also, dadurch, dass ich einfach irgendwie früher total gern so hier in Nürnberg in eins gehört habe, also, Spoiler, ich habe nicht in Nürnberg gewohnt, und zwar so weit weg, dass es irgendwie mit der ranzigen Wurfantenne, die ich hatte, dann immer so gerade so ging, wenn das Wetter gut war, und ich halt sehr beeindruckt war irgendwie von der Musik, die auch damals lief. Heute kann ich das alles nicht mehr, empfinde Düdelfunk als unerträglich. Und könnte mir heute eher einen Job vorstellen, tatsächlich, wenn dann, ja, wirklich richtig Sprechfunk, aber so dieses Radiomoderator, und du suchst dann die Musik raus und so, der Zahn, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, wird einem sehr schnell gezogen, und ich empfand eher mal eine Führung in so einem Funkhaus Nürnberg als ein sehr ernüchternd und regelrecht traurig, wenn das so jemand, ähm, als einzige Person im kompletten Studio noch drin ist, so nachmittags ab drei, ja, du hörst ja keine mehr, nur für die Morningshow, äh, haben wir Personal, und dann nimmt eine Person einen Anruf entgegen, schneidet die zurecht, spielt die dann so Pseudo-Live ein, also spricht die immer und spielt immer passend dazu die Antworten, die jemand dann vorher in dem Telefonat schon gegeben hat und die er dann schon zurechtgeschnitten hat, ein und hat dann so einen Countdown von, ja, in drei Minuten hast du was zu sagen und dann steht dann da, sag einfach die aktuelle Uhrzeit, dann drückt die Person auf den Knopf, sagt die aktuelle Uhrzeit, drückt wieder auf einen Knopf und dann sieht die Person, oh, ich habe sechs Minuten nichts mehr zu sagen und das ist so ein, okay, wie traurig ist dieser Job versus das, was ich mir damals vorgestellt hatte. Also, ich hab mich ja, äh, auch mit einem gemeinsamen Bekannten und, äh, zumindest chaosnahem Wesen, ähm, der ja, äh, selber beim Radio ist und, äh, solche Sachen macht und, äh, ich könnte mir nie im Leben vorstellen, auf Sekunde zu sprechen. Also, sprich, da heißt dann, okay, du hast jetzt ungefähr den und den Inhalt und den und den Text und das machst du jetzt auf eine Minute 16. Ja. Das finde ich reizvoll zu lernen, wiederum. Nein. Mhm. Ich glaube, das hat man jetzt auch gerade schon gemerkt, dass ich halt gerne von Kuchenbacken auf Arschbacken komme. Ja, 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 ja. Ähm, nein. Übrigens, darf ich, äh, zumindest im Videostream kurz, äh, ein kleines bisschen Werbung platzieren für ein etwas alkoholisches Getränk? Ja, von mir aus gerne. Aber wir sehen einen freibier.cc oder .cc? Ja, genau. Also, das, 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 das CC ist tatsächlich auch Absicht. Also, äh, es ist, äh, also das Rezept für das, äh, Bier steht unter Creative Commons. Großartig. Ähm, ist, äh, nennt sich, äh, Alphonse Crowley, ein, äh, Ingwer-Ael, also es darf nicht Bier heißen. Es ist ein alkoholhaltiges Malzgetränk, Lebensmittel eigener Art. Äh, ja, es ist, äh, da ist, äh, eine gute Menge Ingwer drin. Ich bin eigentlich nicht so der riesengroße Ingwer-Fan, aber das finde ich tatsächlich echt geil. Ist auch, äh, äh, Kitchen-anhängig, äh, anhängiges Mitglied, äh, der eben Bier braut. Ja. Dann würde ich sagen, lass es dir schmecken. Da geht's noch an dich. Äh, was waren, hattest du noch andere Berufswünsche oder irgendwas, wo du gesagt hast, irgendwie, das hat dich begleitet eine Zeit lang? Ich hätte mal eine Weile, glaube ich, ganz gerne Musik, äh, also tatsächlich irgendwas mit Musik gemacht. Ähm, hab ich stellenweise auch ein bisschen versucht. Mhm. Aber ist nichts geworden. Also, ähm, keine Ahnung, aber, ähm, ja, irgendwas mit Musik hätte ich schon cool gefunden. Äh, ich meine, gut, ich bin dann halt in die andere kreative Richtung dann eben, äh, jobmäßig gefahren, hab dann eben, ähm, ja, 3D-Kaufiker als, äh, Freelance gemacht und, äh, ja, ähm, von daher hab ich mich dann halt da zeitweise kreativ dann ganz gut austoben können. Ach, schön. Ja. Das ist doch, denke ich, ein schönes Schlusswort an der Stelle. Moment. Moment? Ich hab ja gesagt, zweieinhalb. Ah, Moment! Wir haben noch einen von dir. Ja, also, das heißt, also, das ist, das ist jetzt was, ähm, Philipp, das sollten wir jetzt so ein bisschen ins Brainstorming gehen. Ja. Warte Sekunde, nur so viel Zeit muss sein für ... Was? Da kommt noch was? Ich bin gespannt. Da kommt noch was. Da kommt noch was. Ähm, äh, ich bin nicht wirklich mehr weit gekommen, die Idee auszuformulieren, deswegen aber, ähm, so ähnlich wie der, äh, Dinowitz des Tages, Mhm. Den du ja sicher auch kennst, der auch super ist. Ähm, ich dachte mir, dass dir das gefällt. Ähm, nee, ähm, und zwar, ähm, äh, ehrliche Ansagen. Oh, okay. Also, wir kennen das ja alle, wir sitzen bei, äh, Großunternehmen XY in der Warteschleife, und dann kommen so Sprüche wie, äh, Tüdel, Tüdel, Tüdel. Ihr Anruf ist uns wichtig. Legen Sie bitte nicht auf. Und das in ehrlich. Ihre Meinung ist uns völlig scheißegal. Legen Sie doch auf. Ist auch Wurst. Hahaha. Und halt einfach nur so, so wirklich kurze Abschnitte, keine Ahnung, tagesweise, wochenweise, ist ein relativ geringer, geringer, ähm, Produktionsaufwand, äh, geht hin, nehmt es und verwirklicht es. Ich werde es mir anhören. Ich finde es super. Was ich vor allem fantastisch daran finde, ist natürlich, wenn du das in einen ordentlichen Podcatcher wirfst, sodass du sagst, so, oh, ich höre jetzt irgendwie fünf Podcasts, und der ist aber auch so abonniert, dass der einfach dann zwischen anderen Podcasts immer mal wieder eine Folge mitten drin auftaucht. Und du hast so ein, ja, das war jetzt fünf Stunden CRE, und dann kommt plötzlich so ein Ding mitten rein, und danach kommt irgendwie auch irgendein andere Fachpodcast oder so. Das wäre auch schön. Auf der anderen Seite, auf der anderen Seite ist diesen Feed einfach immer und überall komplett auf dem, sag ich mal, äh, mobilen Device deiner Wahl zu haben. Das ist tatsächlich ein Lebenshelfer. Stell dir vor, du hängst am Telefon, du hast da irgendeine Kundin, Kunden, irgendwie so eine, so eine Alpha Karen dran, die, mit der du nicht, nicht sprechen willst. Ja, Moment, ich stelle sie kurz durch. Und dann so, dü, 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 und dann so, ihre Meinung ist uns völlig scheißegal. Bitte legen sie doch auf. Es bringt eh nix. Ich hatte auch schon mal gedacht, wie großartig wäre es eigentlich, wenn man sagt, so was wie ein, oh, ich muss bei dieser Hotline anrufen, aber ich schaff's zeitlich nicht, ich lass das jemand anderen machen. Soweit erst mal so unspektakulär, das ist ja genauso was, was so eine Teamassistenz oft macht, so, wo man früher gesagt hat, oh, das ist Sekretär, Sekretärin. Aber ich will eher so einen Twist geben, so ein, ja, du rufst da an, aber das macht ein Bot für dich, der zum Beispiel irgendwo an der Hotline einfach, keine Ahnung, ich sag mal, die fünf Minuten abwartet. Hat er nicht Google jetzt letzten Jahr was dazu gemacht? Ja, ja, genau, genau. Die rufen dann sozusagen den Friseur an und fragen so ein, ah, ein Kunde möchte bei Ihnen einen Termin buchen. Haben Sie am so und so vielten Zeit? Und dann kannst du ja, nein sagen. So hatte ich das zumindest verstanden. Ja, ja, genau. Und, aber ich, genau, aber ich will, dass sozusagen ein Bot anruft und sobald gegenüber wirklich ein physikalischer Mensch dann ist, ist so ein, vielen Dank, dass Sie rangegangen sind. Äh, mein Anliegen ist mir wichtig. Bitte bleiben Sie im Apparat, bis Philipp weiß, wenn man mit Ihnen sprechen will und dann so ein, ich koche halt oder irgendwas und dann so, oh, cool, irgendwie die Hotline, wo ich irgendwie, ah ja, jetzt kann ich doch mal ran, wenn ich will oder nicht, weil irgendwie jetzt ist wirklich jemand dran, mit dem ich sprechen kann, um eben diese blöde Warteschleifensituation aufzubrechen und das, ich meine, natürlich ist das völlig idiotisch, das wird nicht funktionieren, aber das muss man auf den Kopf zu stellen, dass nicht ich der, der blöde ist irgendwie, der da zwölfmal jetzt anruft und immer in der Warteschleife hängen bleibt, sondern, nee, nee, das kann man ja doch automatisieren, das kann mal jemand für mich machen. Also, ganz ehrlich, also wir sind an einer ganz, ganz großen Sache auf der Spur, ich finde, wir sollten das SS-Service anbieten, dann kriegen wir wahrscheinlich sogar noch Venture Capital dafür. Oh, Max Snyder im Chat schreibt ja auch, bei ihm wäre schön ein, bei uns hat gerade niemand Bock, ans Telefon zu gehen, weil schon irgendein dummer Fahrer seine Ware nicht findet, die vermutlich direkt vor ihm oder schon in seinem Tor oder LKW steht. Vielen Dank. Auch sehr schön. Max Snyder, du kannst dir das dann rausschneiden, und ich glaube, das darfst du benutzen. Sehr, sehr gerne, sehr gerne. Vielleicht müsst du dir jemanden sammeln. Ja, ne, also ich denke, das wäre auch was mit Zukunft. Ach ja, das ist wirklich eine sehr schöne Idee. Wobei, wobei so ein Bot, den du dann auf irgendwelche so Scammer und Blödsinnungsanrufe loslassen kannst, das wäre natürlich auch so, also ich meine, es gibt da einen sehr, sehr netten YouTube-Kanal dazu, der sich da ja auch irgendwie das zur Lebensaufgabe gemacht hat. Scammer aufhalten mit sinnlosen Geschichten. Der Typ, der sich immer so als Oma ausgibt, ne? Ja, ja, genau. Der ist auch super. Ich glaube, das ist sogar diese Jolly Rogers, ich glaube, das geht gerade in die Richtige oder ist das ... Ich überlege gerade, ich war zuletzt bei einem Podcast zu Gast oder habe ich einen selber aufgenommen, wo ich genau auch, genau über den Typen gesprochen habe. Ich weiß nicht mehr wo, aber ... Hier in den USA, also YouTube ist ja auch doch tatsächlich ein großer Haufen. Also es ist viel Müll, aber es ist halt auch immer wieder schönes Zeug, wie der Typ mit den Glitterbombs, der halt einfach bloß ... Oh ja. ... Leute betreut, die halt ... Also in den USA ist es ja gang und gäbe, dass man halt Pakete einfach auf die Veranda stellt und dann gibt es halt andere Leute, für die es halt gang und gäbe ist, die halt wieder mitzunehmen, obwohl sie ihnen nicht gehören. Und der platziert dann eben entsprechende Glitterbombs. Und der ist ... Duftspray drin mit Unangenehmen. Alter, der ist mittlerweile ... Mittlerweile tatsächlich geht der nicht mehr als Prankkanal durch, sondern als Maker, weil er halt mittlerweile so viel Eigenentwicklung in die Dinger gesteckt hat. Ja, aber das ist auch ... Irgendwann, wenn du dir das Innenleben anguckst von diesen Glitzerbomben. Genau, mit Katapulten, die den Glitzer halt nur so richtig schön verteilen und dann eben das Stinktier-Spray. Ja, und auch diesen vier Handys, die dann zu allen Seiten rausfilmen und so Zeug und irgendwie die GPS-Koordinaten die ganze Zeit durchgeben. Ich meine, das ist alles so Zeug, wo ich mir denke, ja, mit genug Zeit könnte ich das auch, aber halt in der Perfektion und irgendwie ... und der technischen Raffinesse, dass das Ding halt auch auf jeden Fall, wenn das irgendwann mal umfliegt und irgendwo in der Gegend umgetragen wird, das ordentlich hält, das ist schon beeindruckend. Das ist beeindruckend, aber ich glaube, mit ausreichend viel Zuschauern und Zeit mit Kohle von YouTube und ich meine, der hat ja dann auch Unterstützung mit Patreon und hast du nicht gesehen, ähm, glaube ich, ist das, äh, schon machbar, also ... Ich hab da ... Ich hab da tatsächlich ... Ich meine ... Ich sehe eine große Zukunft für dich. Ich meine, da ist viel dabei, wo ich sag, okay, da müsste man halt ein bisschen rumprobieren und die Zeit ... Und ja, natürlich effektiv Kohle für die Zeit musst du halt haben, aber, äh, da ist jetzt noch nichts dabei gewesen, wo ich gesagt hab, okay, das ist jetzt irgendwie völliges Hexenwerk. Ja. Aber es ist halt einfach cool. Ja, total, total. Und man hat auch ... Und die Idee da halt ... Du hast halt auch das Gefühl, okay, das trifft es jetzt halt wirklich ... Also, das trifft halt einfach Leute, die grad anderen Leuten ihren Kram wegklauen. Das ist halt wieder jemand, der irgendwie in den Live-Brot klaut, noch irgendjemand, der aus irgendwie sozialen Gründen irgendwie moralisch fragwürdiger oder vielleicht auch eigentlich okaye Sachen tut, die man aber halt sagt, nein, das geht trotzdem gesetzlich nicht, sondern das sind halt einfach Leute, die anderen ihren Kram wegmopsen. Also, von daher, hm, schwierig. Von daher hält sich dann da auch so, ich sag mal, irgendwie die ... Die Menge an Mitleid für die Leute so ein bisschen in Grenzen. Plus, ey, klar ist das eine Saurei und es stinkt, aber die Leute sind ja auch nicht nachhaltig geschädigt dadurch. Ich mag das mit dem Live-Chat eben aus genau solchen Gründen, der hier nämlich gerade einwirft, dass der Mike Robber, der das mit den Glitterbombs macht, das mit dem Ausprobieren, das kann der schon, beziehungsweise das hat der vorher schon gemacht, er ist ehemaliger NASA-Ingenieur, also der hat eine gewisse Vorbildung. Stimmt. Aber der ist auf jeden Fall super. Jetzt schließt sich ja fast hier so ein bisschen der Kreis von hier Live-Event hin zu Glitzerbomben. Mehr Glitzer. Ende der Sache, ja. Ja, auf jeden Fall. Oh, mehr Glitzer. Mehr Glitzer ist immer gut. Was soll ich sagen? Ey, Stefan, es ist mit Abstand, mit wahnsinnigem Abstand die längste Folge, die ich hier aufgenommen habe. Und ich hätte trotzdem irgendwie noch, ich könnte hier noch ein paar Stunden. Du, ganz ehrlich, ich würde lügen, ich würde lügen, wenn ich an der Stelle sagen würde, ich bin überrascht, aber ich kann keine kurzen Podcasts. Ah, ja. Ich probiere es immer wieder, aber dann ist es halt trotzdem wieder ein anderer Teil des Spiels. Irgendwas ist immer, meine Güte. Ich schneide es dann einfach alles zusammen. Ich schneide alles raus, was von mir kam. Oder alles von dir. Genau, einfach alles von mir weg. Das ist ein Gast. Wir brauchen schon Gäste. Wir brauchen schon Gäste. Alles schnickstack. Für alle, die jetzt auch vielleicht hier dieses Format zum ersten Mal gehört haben, auch meinen üblichen Plaksim am Ende. Meine Podcasts findet ihr alle unter podcast.philipp-weismann.de Diesen Podcast kann man abonnieren und es gibt auch schon 15 andere fantastische Folgen davor unter podcastpastete.de Einwort podcastpastete.de Ihr findet mich auf Twitter unter atderphilipp mit einem L und zwei P am Ende. Und jetzt ist sozusagen it's your time to shine. Welche Sache möchtest du von dir placken? Wo finden dich Leute? Was dürfen Leute abonnieren? Dir Geld zuwerfen? Getragene Klamotten? Was auch immer. Alter, wie bist du denn drauf? Getragene Klamotten? Was will ich denn damit? Ich bin ja nicht das DRK. Also, ihr könnt gerne getragene Klamotten, aber bitte vorher waschen zum DRK bringen. Das finde ich super. Ja, sehr gut. So Kleiderspenden und so, das hilft ja vielleicht noch jemanden. Ansonsten, mir Geld zu werfen, ja, das mit dem, mit der Selbstvermarktung, das habe ich jetzt irgendwie noch nicht so richtig. Ich arbeite gerade an Konzepten, also es wird demnächst eventuell T-Shirts geben. Da bin ich gerade am Gucken von Bleepy Toys, dann eben, wie gesagt, auf YouTube, eben mal einfach Bleepy Toys da eingeben und den Kanal abonnieren. Da bin ich tatsächlich sehr froh, dass ich dieses Jahr quasi das Doppelte von dem gerissen habe, was ich mir eigentlich für dieses Jahr vorgenommen habe. Wow. Also, ich habe nur die 100 Abos, habe ich mir vorgenommen. Ich bin mittlerweile über 200. Also, 200. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, ich bin selber völlig platt davon oder geplättet davon und ja, Sunday Morning, klar, hört rein, wenn es euch taugt, hört es vielleicht auch live. Das hilft einem manchmal beim Sonntag wach werden. Und ansonsten, ja, die anderen Podcasts, die gibt es halt, das ist ein Angebot, wie immer, was ein Krach, wem es gefällt, wem es taugt, hört rein, gerne. Wenn es euch taugt, dann hört es weiter. Wenn es euch nicht taugt, dann macht es halt auch wieder weg. Also, ich weiß nicht, ich habe ein Problem damit, Leute, also auch aus dem Bekanntenkreis, Leute dazu zu zwingen, irgendwas zu hören, was ich halt mache. Wenn es euch taugt, geil, freut mich, freut mich total. Aber ihr müsst das Zeug nicht hören, was ich mache. Wenn es euch gefällt, yay. Wenn nicht, dann ist es auch okay. Dann sage ich einfach, kurz vor dem einen, hört mal rein, Punkt. Hört mal rein, Sudden Dice, Sunday Morningcast, Wassenkrach, Bleepy Toys. Und wenn es euch nicht taugt, wenn es berechtigte Kritik ist, dann gerne an mimimi.wassenkrach.de. Und ja, den Mail-Account gibt es wirklich. Nein, wenn es berechtigte Kritik an irgendwas gibt, dann auch gerne Bescheid sagen über Twitter. Es gibt auch den Bleepy Toys Account. Natürlich, logischerweise bei Twitter, bei Mastodon noch nicht. Und ansonsten, habt Spaß mit dem Zeug, was ich mache. Und wenn nicht, ist es halt auch okay. Großartig. Vielen Dank für dich, für deine Zeit. Ich danke auch ganz herzlich allen, die hier live im Chat dabei waren. Ich danke explizit auch nochmal an allen, die diese ganze Technik, diesen ganzen Kongress und alles drumherum ermöglicht haben. Das werden jetzt viel zu viele da alle explizit zu nennen. Und was soll ich sagen? Jetzt nach dem Ende gibt es einfach noch einen kurzen Einspieler hier von Bleepy Toys. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020